Der Drachentöter Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Max über die Schauspielerei, die Lowbusters und vieles mehr. Zur Erinnerung, er hatte unter anderem die Lesung Schatten über Innsmith vorgetragen und ist Teil der Lowbusters, welche mit dem Podcast Spoiler Alert Filme und Serien besprechen und diese mit dem österreichischen Recht analysieren. Und los geht's. Kommen wir zu dir, Max. Ja, das freut mich. Nachdem wir die Matita verabschiedet haben in die Freizeit. In die Freizeit, genau. Die hat die Beher mitgenommen. Meine Mädels. Jetzt bist du Frauenlust daheim. Ja, aber ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, dass das Gespräch jetzt 8,5 Stunden dauern wird. Ja. Ich hoffe, alle Drachentöter-Hörerinnen gefallen sich auf diese ausführliche Darlegung meines Lebens. Das ist auf alle Fälle. Aber deines Lebens, das fangst du mir gut an. Womit hast du eigentlich angefangen? Warst du erst die Liebe zum Brettspiel oder zum Rollenspiel oder zum Schauspiel? Oder zum Juridikum? Oder wie nennt man das? Fangen wir am Anfang an. Am Anfang waren, glaube ich, wenn ich das jetzt so spontan, das ist ja eine nicht inszenierte Konversation. Deswegen ist das erste, zwei Sachen auf einmal, mit denen es angefangen hat. Das waren Hörspiele auf Kassette und ein Moment, wo mich ein Bekannter von meinen Eltern gefilmt hat, so im Garten. Wir haben gespielt und der hat halt irgendwie seinen neuen Camcorder, eine Videokamera hat es damals noch gekämpft, dabei gehabt und der hat mich gefilmt. Und das war so ein Moment, ich weiß nicht, ob es diese Aufzeichnung noch gibt, aber das war so ein Moment, da hat er mich gefilmt und ich habe irgendwie nicht mehr wegschauen können von der Kamera. Und ich habe nichts da, ich habe mich nicht aufgeführt, ich war nicht lustig, ich war nicht peinlich berührt oder so, aber das war irgendwie so ein Moment, Aufnahme, die gibt es noch in meinem Kopf. Und die Hörspiele, das war halt so, dass ich mir die voll gerne angekauft habe, alle möglichen. Also ich habe gehabt zum Beispiel Masters of the Universe, einige Folgen, dann habe ich gehabt viele, viele Benjamin Blümchen, Huibu, Das Gespenst und Hugo. Also Mitternachtsparty heißt das. Das ist nicht ganz so bekannt wie der Huibu und dann habe ich noch gehabt, die Hörspielversion von Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner, also die deutsche Version von dem. Und das sind zwei Sachen, diese Hörspielversion von König der Diebe war deswegen spannend für mich, weil es da nämlich zwei Kassetten gibt, also zwei Teile. Das ist zweiteilig, weil es ein langer Film ist. Und ich habe nur den ersten Teil gehabt, ganz lang. Jetzt habe ich halt irgendwie den ersten Teil vom Film mitreden können. Also alle, Wort für Wort habe ich mitreden können. Ein reicher Mann aus Nottingham. Das ist so lustig, genau. Der wollte über den Fluss, doch her war der Schlau für Lee-Weithau, da war mit der Reiseschloss. Bitte um Gnade, reicher Fremder. Ich bitte niemanden. Das war so geil. Irre. Genau. Und ich habe halt nur mitreden können, solange ich halt aufgepasst habe auf diese erste Kassette. Und ich weiß noch genau, dass meine Mama dann überall geschaut. Das war ja quasi prä Amazon und Internet und alles. Damals, im Jahre 1879. Ja, man muss da ein bisschen aufpassen. Es hat nämlich genau mehrere Variationen gegeben, wie man dazukommen ist. Universalversand. Genau, Quelle. Quelle, dann Donaaland, glaube ich, hat es noch gegeben. Donaaland, jawohl, genau. Auch noch in die Richtung. Und dann hat es aufgekehrt. Genau, das war es. Mein Ende. Und das war halt das, und da hat es den immer gegeben, diesen zweiten Teil. Und erst viele Jahre später, da habe ich eigentlich gar nicht mehr gehofft, habe ich dann doch nur den zweiten Teil gekriegt. Und das war dann für mich so total unterwältigend, weil der erste Teil da war. Was halt dann für mich aber ganz blöd war, es hat aus irgendeinem Grund dann, ich glaube, sie haben die Rechte nicht mehr gehabt, an der Stimme von Alan Rickman, der deutschen Stimme von Alan Rickman. Und jetzt haben sie es neu synchronisieren müssen. Und jetzt gibt es halt zwei Versionen. Die alte, aber die gibt es eigentlich nicht mehr, weil es ja nicht mehr ausgestreut werden darf. Und die neue. Und der war halt ganz anders, der Sprecher der Neuche. Und natürlich ist das schwierig, weil man halt dann, ich weiß nicht genau, woran solche Sachen liegen. Ich glaube, es war rechtlich. Und ja, das ist die eine Sache gewesen. Was aber für mich, auf die Frage, warum ich das jetzt beruflich mache, beruflich mache, hat sich für mich so gezeigt, bei dem Hugo, das Schlossgespenst. Das war eine Mitternachtsparty, das gibt es jetzt auch wieder, neu. Und ich habe heute irgendwie die ersten Folgen da gehabt. Da ist der Hugo, das Schlossgespenst. Und der James, der heißt Butler, und die Gräfin, der hat aber keinen Namen, glaube ich. Und die drei wohnen auf Schloss Gruselstein, natürlich. Und die Gräfin feiert halt öfter Mitternachtspartys. Ah, deswegen heißt es Mitternachtsparty. Und dann laden sie eben Gäste ein und dann trinken sie Wein. Und der Hugo, das Gespenst, fragt immer, ah, hat die Gräfin mal wieder Durst? Und dann sagt der James, Hugo, wie oft soll ich dir das noch sagen? Wein trinkt man nicht gegen den Durst, Wein genießt man. So habe ich gelernt, dass man Wein genießen muss. Und da habe ich mir nicht immer vorgestellt, wenn man einschlafen, wenn ich in meinem Schauspielerhorizont, der halt sehr stark auf Hollywood gerichtet war, besetzen würde mit dem James, mit dem Hugo, wer die Gräfin spielen würde und so. Und ich habe mir halt gedacht, glaube ich, die Kathy Bates würde ich als die Gräfin besetzen, weil die passt recht gut, das stelle ich mir genauso vor, dass die halt auch Mitternachtspartys wirft, so schrullig, ein bisschen verschroben. Und der James war halt für mich immer witzigerweise der, entweder der James Belushi gewesen oder der Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray als der Butler, der braucht so einen Charme, aber halt auch irgendwie so ein bisschen eine merkwürdige Art und Weise. Wenn man sich irgendwie gedacht, dass ich da der Regisseur bin und hat mir wirklich das ausgemalt, wie das ausschauen würde, wie das Schloss Gruselstein ausschaut, wie das ausschaut, wie der Effekt für den Geist und so weiter. Das war irgendwie mein erstes Ding. Da hat es wirklich stark angefangen. Das war halt für mich auch total cool. Wir haben jetzt vor kurzem meinen Freund besucht, mit dem ich in die Schule gegangen bin, mit dem Bernie, und der hat jetzt einen Sohn, einen wunderbaren, entzückenden jungen Buben, der ist vier, der heißt Michael, und der horcht gerade Penny mit Blümchen. Und die Mama, die Martina von Michael, die Mama, hat diese Penny mit Blümchen-Kassetten alle digitalisiert und hat sie uns auf einem USB-Stick mitgegeben. Und jetzt machen wir wieder Penny mit Blümchen am Abend. Und es ist unfassbar entschleunigend und nostalgisch und leer. Einfach so. Ich meine, das sind halt super einfache Geschichten, aber sie sind auch voll cool. So, weiß ich nicht, Penny mit Blümchen als Filmstar zum Beispiel haben wir gehört jetzt. Also ich finde es irgendwie großartig. Ja, man muss, glaube ich, immer noch eins bedenken, weil es gibt immer wieder so lustige Sachen, wie es Graham gab bei Penny mit Blümchen mit dem Rüssel und keine Ahnung was. Ah ja, solche Dinge. Diese Dinge muss man halt aus der Perspektive von einem Kimsing sehen. Ja, total. Letztens haben wir uns angehocht, Penny mit dem Blümchen auf dem Mond. Und da, also dieser Spension of Disbelief muss da wirklich over 9000 sein. Weil das geht sich halt überhaupt nicht aus natürlich. Und es gibt immer nur einen Menschen, das ist das, was dann so auffällig ist bei diesen Hörspielen, wenn er euer Filmstar ist, dann gibt es den Regisseur aus. Da gibt es uns niemanden. Oder beim Mond, ist es jetzt so, da gibt es die Mondraumfahrtsbeauftragte und die macht alles. Bis auf den Countdown, das macht ein anderer. Also so ganz, das ist halt auch Sporn rein wirtschaftlich gesehen. Aber trotzdem ist es halt irgendwie lieb. Und der Penny mit dem Blümchen ist ja immer dieselbe Stimme. Also ich weiß nicht, wie lange der das gemacht hat, Jahrzehnte, ist der Penny mit dem Blümchen. Ja, wie gesagt, nur die drei Fragezeichen sind ja auch so. Nicht unbesetzt, sondern wirklich nur in der Original-Crew eigentlich. Ah ja. In der ganzen Zeit, wie es es gegeben hat, ja. Irre. Was mein Wissensstand ist. Ja. Und die Stimmen sind ja mitunter natürlich auch älter geworden, aber sie haben immer nur eine gewisse Jugendlichkeit drinnen. Aber wenn man mit einer normalen rätst, das ist… So Synchronsprecher, das ist sowieso Synchronsprecher. Synchronsprecher und allgemein auch Sprecher und Sprecherinnen für Hörspieler, das ist schon erstaunlich. Das ist ja einfach voll super. Also das beeindruckt mich sehr. Vor allem dann, wenn es solche so arge Profis sind, wie der, der in Data zum Beispiel spricht. Der hat ja quasi, also in Data von Star Trek, Enterprise, der spricht ja unfassbar viele Leute. Oder der vom Keanu Reeves und so. Also das Synchronsprecher sind ja Wahnsinn. Und ich habe die, darf ich das jetzt gleich erzählen, die riesengroße Ehre, dass der Wolfgang Pampel mir einiges beigebracht hat über das Sprechen. Über das richtige Sprechen. Und der Wolfgang Pampel, den kennt wahrscheinlich jeder. Das ist nämlich die deutsche Stimme von Harrison Ford. In allem, was der Harrison Ford gemacht hat. Und das ist halt unfassbar. Also als ich das erste Mal telefoniert habe, witzigerweise am 4. Mai, habe ich das erste Mal mit dem Wolfgang Pampel telefoniert. Am Star Wars Ding. Am May the 4th. Es war unglaublich. Ich habe einfach gedacht, Indiana Jones, Harrison Ford, Han Solo, alle sind auf einmal in meinem Ohr. Und ich habe halt angehüpfen und er hat abgekommen mit, ja. Und ich habe gesagt, Alter, ich stirbe, ich hauge, das hätte ich da nicht. Ich habe ja sehr viel Mut gebraucht, aber ich habe ihn ein paar Mal getroffen und habe da mit ihm halt, ja, der hat mir einige Tipps gegeben, Bücher. Und sehr geil ist auch, der hat alle Dan Brown Romane eingelesen. Nämlich ungekürzt. Also wirklich, der hat einfach die Bücher vorgelesen. Das sind Hörbücher, richtige. Und alleine das, was ich anhorchen, ist auf der Schauspielerseite, finde ich, ein Masterclass. Weil der halt einfach das so gut lest. Der trifft immer genau den Ton für die Geschwindigkeit an der Szene. Da habe ich so viel gelernt. Allein das, beim Hinfahren habe ich mir das angekürzt. Und beim Heimfahren habe ich mir das auch wieder angekürzt. Und ich bin dann hingefahren zu ihm, dann hat er mir Sachen beigebracht und erklärt und so, wie man sich aufwärmt, wie man die Stimme schont und so weiter. Das ist irre. Und beim Heimfahren wieder, das ist schon wirklich super. Also das hat er sehr gut gemacht. Und das Geile ist halt auch bei ihm daheim, hat er zum Beispiel die goldene Schallplatte hängen. Weil der erste Teil von dem Hörbuch von Dan Brown, Illuminati, glaube ich, ist der erste Teil oder so, der hat sich halt so oft verkauft, dass er mit dem ein goldene Schallplatten verdient hat. Das ist unfassbar, richtig cool. Ich glaube, der Da Vinci Code war der erste, oder? Ah, der Da Vinci Code, ja genau. Der ist so großartig, ja genau. Der ist auf jeden Fall. Und ich glaube, Illuminati auch noch. Und dann hat er eine Büste daheim vom Han Solo. Und darunter steht der German Voice auf Han Solo oder die deutsche Stimme, irgendwie so. Das ist schon. Und er hat mir so, das ist so ein bisschen wie der Harrison Ford selber. Weil man mit dem, der hat ja auch nichts über für einen Han Solo oder für einen Indiana Jones. Letztens habe ich wieder einen Auftritt gesehen von ihm bei einer Preisverleihung. Er hat so einen Rauschebord wie der Nikolaus. Und sie spielen halt beim Auftritt das Indiana Jones Thema. Und dann geht er da draußen und geht zum Mikrofon, so wie er schaut alles an. Das fucking Music follows me everywhere. Ohne Lachen. Aber man sieht es in seine Augen. Lass ihn das wirklich nervt. Er will nicht der Indiana Jones sein. Und jetzt ist er im nächsten Teil wieder die Indiana Jones. Und das ist so mit De-Aging und mit allem. Weil er noch nichts... Naja, gut, anderes Thema. Auf jeden Fall, Wolfgang Pampers, Synchronsprecher. Super, viel Respekt und ich finde es großartig. Und jetzt auch, das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist das, dass die jetzt auch immer mehr vor das Rampenlicht, also ins Rampenlicht treten. Und man halt diese Synchronsprecher halt auch ein bisschen mehr mit einem Gesicht sehen kann. Und das finde ich auch voll cool. Zum Beispiel der, der den Hopper in Stranger Things spricht, der hat jetzt auch schon ein paar tausend Follower auf Instagram. Und habe ich letztens mal angeschaut, der hat halt auf der Stranger Con, haben alle deutschen Stimmen von Stranger Things die Original-Schauspieler quasi getroffen. Und das ist halt sehr cool. Wolfgang Pampler hat, glaube ich, in Harrison Ford noch einmal von der Weiden gesehen. Also so irgendwie, es ist halt crazy, dass das jetzt ja ein bisschen näher zusammenwächst, die Welt wird halt auch kleiner. Ja, aber auf der einen Seite sind ja das ja oft eigentlich ausgebildete Schauspieler, oder? Ja, ja, komplett, komplett. Ja, genau, viele. Die, die vielleicht noch nicht professionell ausgebildet sind, sind Kinder. Also waren nicht wirklich junge Leute. Zumindest bei den internationalen Synchronisierungen. Ja. Internationalen Synchronisationen. Ja, also da ist halt, das sind schon natürlich alles super Profis. Es gibt ja auch so lustige Videos dann, wo sie sich selber vorstellen. Der Typ, der zum Beispiel in Orlando Bloom spricht, dann die deutsche Stimme von Bruce Willis. Das ist ja eine sehr markante Stimme, sehr bekannte Stimme. Und dann noch der Spongebob. Die deutsche Stimme vom Spongebob. Und die beschreiben halt auch alle, wie sie sich vorbereiten drauf. Und der vom Spongebob, der macht irgendwie nur Gaudi die ganze Zeit. Das ist schon wirklich ein alter Mann, aber halt so ein lustiger. Der wirkt so heiter, so leicht, super. Und auf der anderen Seite dann der vom Orlando Bloom ist halt so ein richtiger Synchronsprecher. Der liest jeden Tag in der Früh nach einem warmen Glas Wasser eine Seite von einer Zeitung, eine Seite natürlich, laut, vor, um sich quasi vorzubereiten, aufzuwärmen und so weiter. Kann man auch vorstellen, dass der dementsprechende Stimmübungen macht, täglich. Und der von Bruce Willis hat ja gesagt, ich habe früher zu viel geraucht und zu viel gesoffen. Ich glaube auch nicht, dass das die ganze Wahrheit ist natürlich. Aber das Image der Stimme muss natürlich auch aufrechterhalten. Ja, sowieso. Nein, finde ich spannend. Das heißt, das war so die Basis für dein Tun, für dein Zukunftiges. Ja, also das war halt der kleine Maxi, der im Bett liegt und sich die Sachen vorstellt. Danach hat es dann eh mehrere Anläufe gebraucht. Ich war in der Schule, was man halt so macht, ein paar Pfarrhofen, Krippenspiel und so und dann Bühnenspiele in der Schule. Das habe ich, also falls das jetzt irgendwer jemals hören wird, aber es war wirklich so, ich habe es überhaupt nicht mehr. Ich wollte so gerne auf der Bühne stehen, aber die Leute, die dabei waren, viele davon sind jetzt auch Schauspieler geworden, Schauspielerinnen und so. Aber ich habe das irgendwie überhaupt nicht ausgehalten. Und ich weiß nicht, das erste größere Stück, bei dem ich war dabei, das hat geheißen, Trommi kaputt. Man muss mich überhaupt nicht kennen. Das hat inszeniert der Deutschlehrer, der Professor Wörer, Josef Wörer. Das ist ein super Lehrer. Und der hat das inszeniert und ich habe den Besen Burm gespült, also den Bösewicht sozusagen, den Antag. Den Mikkel aus Lüneburg. Den Mikkel aus Lüneburg. Ja, genau. Also ich war wirklich, ich war quasi der, der einen, ja, also es ist Wurscht auf jeden Fall da. Das weiß ich noch zum Beispiel. Und sonst war es irgendwie immer ein bisschen schwierig. Das hat man, das war überhaupt nicht mein Fall. Du wolltest da damals immer schon Hollywood und das andere, es ist Wurscht. Nein, es ist nicht so sehr das, sondern es war eher die Unmittelbarkeit der Menschen, mit denen ich das machen habe, dürfen müssen, muss dürfen. Soll. Ja, also es hat halt einfach keinen Weg daran vorbeigegeben, weil es eine Bühnenspielgruppe gegeben hat. Im Gymnasium, in dem ich war, in Rohrbach hat es ja sogar, das ist ja eh außergewöhnlich, zwei Bühnenspielgruppen gegeben. Nämlich eine für die Unterstufe und eine für die Oberstufe. Und das war ja eh schon ein Wahnsinn, dass sich das ausgeht, dass es da zwei Lehrer gibt, die sich da quasi in der Freizeit hinstellen und das inszenieren und sich da wirklich eingehängen, dass das was Gescheites wird und so. Das haben es ja beide gemacht, beide Professoren waren da sehr engagiert. Ja, es war einfach nicht mein Fall. Das war jetzt nicht, das ist ja nichts Konkretem gelegen. Ich bin halt einfach immer schon auf, weiß ich nicht, wie ist das jetzt, Alona, Außenseiter, Depp. Und ja, deswegen war das jetzt nicht so mein Fall. Ich finde das nur spannend, dass du sagst, das habt ihr in der Schule gehabt. Ich kann mich erinnern, bei mir in der Schule hat es sowas gar nicht gegeben, weder Unterstufen, Oberstufen. Ja, voll. Ich beschäftige mich jetzt ja sehr viel mit dem. Ich mache jetzt als Schauspieler Workshops in Schulen. Und da ist es auch so, dass ich letztens war in Vöcklerbruck in einem Gymnasium und da war es, da habe ich gesagt, ja, am Hauptziel so ein Fach oder Freifach oder so etwas darstellendes Spiel oder Bühnenspiel oder wie immer das dann heißt Theater. Und dann hat die Lehrerin gesagt, das hat es gegeben, aber der Professor, der das unterrichtet hat, ist verstorben und jetzt gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt seitdem, der halt tot ist, das nicht mehr. Und ich bin jetzt auch gerade Theatervermittler für das Shakespeare Festival, Jugendtheater Festival in Linz und da bin ich jetzt auch dabei, dass ich halt Kontakte knüpfe zu Schulen und vor allem direkt zu Lehrerinnen und Lehrern. Und da ist auch, also ich habe jetzt, das kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, ich bin nämlich schon fertig, ich habe alle AHS im Bezirk Linz, also quasi in Linz, alle Gyms und so weiter, Borgs, BRGs und so weiter durchforstet nach Namen, nach Lehrern und Lehrerinnen, die darstellendes Spiel unterrichten oder in irgendeiner Weise anbieten. Natürlich sind alle Homepages unterschiedlich. Ich war sehr mühsam, das zu durchforsten, aber ich glaube, ich kann Ihnen sagen, es sind nicht einmal zehn. Von allen Professoren und Professoren. Ja, ich würde sagen, eins davon ist Borg in der Hanna-Schule und Strassen und das war es dann wahrscheinlich. Es gibt natürlich auch noch eins. Bei den Musiken Zweikamen? Im Stiftergymnasium, das ist nicht, aber das hat halt auch... Ist das ein privates, oder? Ja, außerdem ist das halt, da hat der Baldwin Sulzer, der hat da den Chor gegründet vom Stiftergym und der war ja dann, ein Abgänger vom Stiftergym ist der Welser Möst, der Dirigent, der Dirigent quasi jetzt Generalmusikdirektor von der Wiener Staatsoper und der Sulzer selber, das habe ich erst herausgefunden, der ist Grammy-nominiert. Okay. Grammy-nominiert und da habe ich auch so gefunden, also das liegt eh auf der Hand, Grammy ist natürlich, ist ein Music Award, natürlich, aber wir kennen immer nur die Taylor Swift, die halt diese Grammys gewinnt, alle, oder Evanescence. Ja Gott, das mit Evanescence ist schon lange vorbei. Ja, die ist gerade krank, die Amy Lee, die hat keine Halsweh. Und der, aber es gibt natürlich Grammys auch für klassische Musik, natürlich, und unter anderem auch für Chorelle, also für Chors. Und da war auch ein Grammy-nominiert, bei den 50. Grammy Awards, glaube ich. Das hat mich fasziniert, so. Und so, es gibt halt manche Gyms, oder sagen wir jetzt mal, ich kann es jetzt nur von der AHS sagen, nicht von den Mittelschulen, weil ich die nicht behandelt habe, aber da gibt es wenig Schulen, die vielleicht einen Kunst- oder Darstellendenzweig haben, und da gibt es natürlich fokussiert, da machen es Musical, da machen es alles Mögliche. Aber in anderen gibt es das einfach nicht. Was natürlich irgendwie schon schade ist, weil auch wenn es einem nicht taugt, wenn es einem irgendwie interessiert, kann man ja schauen, dass man sich dafür, ob das wirklich was ist oder nicht. Und so war ja dann auch ein bisschen eine Vorbereitung für das Konservatorium, wenn irgendwas war. Zum Beispiel, ja. Also es war wirklich so, einige, die mit mir da im Bühnenspiel waren in der Schule, sind jetzt super Darsteller, Darstellerinnen, die total viel zu tun haben, und die haben da angefangen, sozusagen. Und wieso hat es sich dann nach dem Gym mehr oder weniger dann verschlagen, in die komischen Abteilungen mit so ganz ernsten Vertragsrechtssachen und so weiter? Du erzählst jetzt wieder alle, dass ich Jus studiert habe. Psst. Nein, das war eine Fehlplanung, beziehungsweise höhere Gewalt. Okay. Will ich als Jurist sagen, es war höhere Gewalt. Ich habe mir eigentlich, ich habe mir so eine vorgezogene Stellung gemacht, mit 17,5 oder so, was kann man das ja schon machen, damit ich weiß, was nachher passieren wird. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin eh einsatauglich. Und da habe ich weder Brille gehabt, noch sonst irgendwelche Probleme. Und dann habe ich mir gedacht, das wird schon passen. Und bin zur Stellung gegangen und bin davon ausgegangen, dass ich Fliegen lernen kann. Also mindestens Helikopter, wann nicht Kampfjet, aber leicht blauäugig, weil Kampfjetpilot ist ja quasi elitärer wie Herzchirurgen oder Gehirnchirurgen. Also so, das ist halt schon irre geil. Weil, ich habe mir zumindest gedacht, ich bin fliegertauglich. Heißt ja nicht dann, dass ich wirklich Kampfjetpilot werde. Bin hingegangen und dann, ich muss mich kurz erzählen, das war nämlich so, ich war bei der Stellung natürlich da in der Kaserngasse. Ach ja. In Linz, natürlich Musterung. Und da ist alles gemacht worden mit mir, von vorn bis hinten, inklusive allem halt so. Und dann war eben auch ein Hörtest dabei. Und da ist diese Kabine und da sitzen zwei Rekruten und die erklären es halt kurz. Die setzen da dieses Hörgerät, also diese Kopfhörer auf und dann sagen sie, drucken, wenn du es hörst. Sobald du es hörst, drucken. Und da sitzt mich rein und druck und tue halt das Ganze so. Und dann drucken immer drauf und alles. Und dann kommt der, halt gerade einer bei der Tür und sagt jetzt so, druckst du eh nur, wenn du es hörst? Und so, ja. Dann haben wir es noch einmal gemacht. Dann, dann kommen wir alle so, wir müssen es noch einmal machen. Dann haben wir es noch einmal gemacht. Und dann habe ich gedacht, was ist denn los? Und das hat keiner mit mir geredet. Und so, ja, okay. Dann, ja, passt, eh, komm wieder. Dann sitze ich da hin. Dann habe ich mich da hingesetzt. Das war schon so ein bisschen pseudomilitärisch, paramilitärisch. Dann sitze ich da hin. Dann habe ich mich da hingesetzt. Dann habe ich gesagt, ja, da, ein Model, der und der und der kommt mitgekommen. Und dann bin ich halt mitgegangen. Dann haben sie uns auf so einem Militär-Jeep gesetzt. Also so mit so einer Plane drüber. So ein Buch geholt. Ist that normal? Ist das ein good place to sit? Und dann sind wir quer durch Linz gefahren worden zu einem HNO. Der hat dann wieder drei oder viermal einen Hörtest mit mir gemacht. Und dann gesagt, ja, passt, sitze ich da hin. Dann haben wir da hin gesetzt. Und dann sind wir mit demselben Jeep wieder zurückgeführt worden zu der Kasernstraße. Und dort habe ich dann wieder warten müssen. Und schlussendlich bin ich dann zum Obersten Maurer ins Büro, Stellungsbüro gebeten worden. Bin eingegangen. Und der hat mich dann angeschaut und hat gesagt, Herr Modl, Sie sind untauglich. Und dann habe ich gesagt, ja genau, Sie sind schwer hörbehindert im rechten Ohr. Dann habe ich gesagt, ja, Sie können das Mündungsfeuer nicht hören. Deswegen sind Sie untauglich. Und ich habe gesagt, das heißt, ich darf jetzt nicht zum Militär, weil ich nicht höre, aus welcher Richtung ich erschossen worden bin. Und er sagt, ja. Und er sagt, muss ich jetzt zum Zivildienst oder wie? Er sagt, nein, Sie können jetzt heimgehen. Und ich war halt eigentlich, auf der einen Seite war ich voll enttäuscht, weil ich halt so einen Plan gehabt habe. Aber auf der anderen Seite bin ich dann rausgegangen. Und ich weiß noch genau, ich habe dann so direkt vor dem Büro, da war die Tür noch offen, so eine Strike-Pose gemacht. Weil ich schon gemerkt habe, das ist etwas sehr Gutes, das passiert ist. Und ich muss nicht einrücken und so. Alle anderen haben einrücken müssen. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Und dann habe ich mir das halt nochmal anschauen lassen von einem HNO, der mit mir geredet hat. Gibt es auch. Und er hat dann ehrlich gesagt, das ist eine Verknöcherung von Hammer und Amboss im Mittelohr. Angeboren, degenerativ, muss operiert werden. Ist dann gemacht worden. Es ist aber noch immer so, dass ich, also ich herrsche alles. Aber vor allem, weil mein linkes Ohr das rechte halt von Anfang an kompensiert hat. Ja. Aber natürlich ist dadurch auch der Plan ins Wanken geraten, um jetzt auf die Frage zurückzukehren. Und es ist jetzt so gewesen, dass ich dann auf einmal weiß so, ja, was tue ich denn jetzt? Und es war dann, ich wollte eigentlich damals studieren, Film irgendwo. Aber auf allen Filmhochschulen ist natürlich der Bewerbungsprozess schon lang beendet gewesen. Die haben ja meistens so drei, vier, fünf Stufen, die man begehen muss, um aufgenommen zu werden. Und da nehmen wir es halt immer nur eine Handvoll. Also Wien, München, alles war schon längst, der Zug abgefahren. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich etwas anderes machen. Was tue ich denn? Irgendwie ist das freiwillige, soziale Jahr, war noch nicht so. Zumindest habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Wahrscheinlich hat es das noch nicht gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich etwas studieren. Aber ich kriege ja kein Studentenzimmer mehr. Also nein, andersrum. Ich bin immer gedacht, weißt du, was ich studiere? Nein, keine Ahnung. Ich gehe wieder zurück ins Gym und frage dort die Lehrer, die mich gehabt haben. Und habe mit zwei Professorinnen geredet, mit meiner Deutsch-Professorin und mit meiner Latein-Professorin. Und habe gefragt, was würdest du denn ihr glauben, was ich studieren soll? Und dann haben sie gesagt, ja, du weißt eigentlich schon immer sehr gut in Sprachen. In Deutsch, auch in Latein oder so. Was interessiert ihr? Und dann haben sie gesagt, ja, Englisch interessiert mich und Deutsch auch. Und dann haben sie gesagt, ja, wieso machst du nicht das? Und dann habe ich gesagt, ja, wo geht denn das? Und dann habe ich gesagt, es gibt in Innsbruck. Deutsch und Englisch. Bin ich hingegangen, habe mich inskribiert. Dann haben sie gefragt, auf Lehramt oder nur so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich unterrichten will. Das war aber eigentlich eine stressige Situation. Alles zack, 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 weiter, weiter. Und ich sage, naja, was heißt das auf Lehramt? Ja, das heißt nur ein halbes Jahr, Praktikum länger. Ich sage, ja, dann halt auf Lehramt. Das ist ja wurscht, einmal das auch. Dann bin ich ausgegangen aus dem Immatrikulationsgebäude. Bin da gestanden, war eingekesselt von diesen unfassbar hohen und mich erdrückenden Bergen in Innsbruck. Also fürchterlich. Und ich habe mir gedacht, viereinhalb Jahre. Alter. Und dann ist mir eingefallen, wo schlafe ich denn heute? Und dann habe ich mir gedacht, wo schlafe ich denn morgen? Wo schlafe ich denn jetzt die nächsten viereinhalb Jahre? Ich bin komplett gedeppert. Was tue ich denn überhaupt da? Dann haben mich Gott sei Dank eine Schulkollegin aufgenommen, die hat schon dort ihren Platz gehabt und alles. Die ist jetzt Psychologin, ich habe Psychologie studiert. Und die Dani ist das. Und die hat auch wieder schlafen dürfen. Sie hat mit einem Freund dort gewohnt. Mit einem damaligen Freund, mit dem sie jetzt eh noch zusammen ist immer. Und mit dem habe ich dann betrunken. Und dann bin ich herangefahren und habe mir gedacht, so, wo studiere ich denn jetzt wirklich? Und habe dann halt geschaut, wo kann ich überhaupt schlafen? Und es war irre. Und dann habe ich herausgefunden, meine Oma, das habe ich schon gewusst, aber sie hat damals noch gelebt und hat in Linz gewohnt, meine Oma. Und dann habe ich gefragt, ob ich bei ihr wohne, der Verzeidl, wenn ich in Linz eine Studienrichtung finde. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich in Linz geschaut und da hat es halt irgendwie Physik, Mathematik, alles naturwissenschaftlich, habe ich gewusst, da mache ich die Professoren zum Mörder, weil ich so schlecht war, so unbegabt. Und Wirtschaftswissenschaften habe ich mir gedacht, das ist sicher wie Geografie und Wirtschaftskunde, das studiere ich jetzt sicher nicht. Soziologie hat mir nichts gesagt und dann ist nur ein Jus übergeblieben. Und dann habe ich jetzt Jus studiert. Und nach drei Wochen habe ich es bei meiner Oma ausgehalten. Und dann musst du nur drauf gehören, oder was? Nein, dann ist eine flüchtige Bekannte in meinem Leben getreten, die hat auch Jus studiert, die Julia. Und die hat gesagt, sie braucht ein Studentenzimmer. Und dann habe ich gesagt, ich fahre dich zu deiner Oma, aber ich muss vorher noch zum Keplerheim fahren, weil da habe ich mich jetzt schon drei oder vier Mal beworben, digital, und die machen irgendwie nichts. Und ich fahre einmal hin und frage es. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fahre ich halt dann noch auch hin und dann fahre ich mich heim. Ich hätte auch mit der Bima anfangen können, aber mit der Julia war es immer sehr lustig. Die war einfach eine lustige Frau. Und dann habe ich mir gedacht, die fahre ich einfach mit mit ihr. Und dann bin ich reingegangen mit ihr zu der, warte mal, das war die Bevel, hat die geheißen. Die Leiterin, also zumindest die, weiß ich nicht, Sekretärin, ich weiß nicht mehr, was die war, vom Keplerheim in Linz. Und dann hat die Julia gesagt, die hat mich schon mehrmals beworben. Und die hat gesagt, ja, das funktioniert nicht. Online. Das müssen sie da machen. Da ist der Zähnl. Und dann schaut sie uns an und sagt, wollt ihr jetzt heimziehen? Und dann habe ich so geschaut, gell, was, wie heimziehen? Und dann habe ich gesagt, ich kenne ihn, ich weiß, dass du die Julia hast. Und dann hat sie mich so angeschaut, die Julia hat nicht gleich nah gesagt. Und ich habe auch nicht gleich nah gesagt, sondern einmal so unausgesprochen. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat die Bevel gesagt, du hast ja zwei Geschwister. Weil die Julia hat auch sehr viele Locken. Und also die hat echt total dichte, mega Locken gehabt. Und ich habe damals auch Locken. Und dann sind wir nebenher geschaut und gesagt, du hast ja Geschwister. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben wir gesagt, nein. Und dann haben wir gesagt, nein. Wir kennen uns kaum. Und dann haben wir gesagt, ich wollte sie zusammenziehen. Und dann habe ich gesagt, ja. Oh, warum, wie darf man das nicht? Oder ist das ein Problem? Und ich sage, nein. Ich werde sie schon sehen. Und dann habe ich tatsächlich diesen Bogen ausgefüllt dort. Und ich glaube, das nächste Monat, dann sind wir zusammen in ein Studentenzimmer gezogen. Und weg von der Oma. Und dann habe ich echt eine Zeit mit der Julia gemeinsam gewohnt. Und es war irgendwie, sie war fast nie da. Ich war immer auf der Leisch. Und ey, ja. Aber es war lustig. Genau. Das war meine erste Zimmerkollegin dann mit Jus. Und dadurch, dass ich mich halt dann, sie und andere Leute auch. Und das war das erste Mal quasi so, nicht bei wem daheim wohne, sondern halt selber sei. Und einkaufen und tun. Und keiner sagt, wenn du jetzt daheim sein musst oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mich da irgendwie so wohl gefühlt. Und es hat mir taugt. Und dann habe ich auch irgendwie übersehen, dass ich mich ja wieder bewerben sollte. Bei den Schulen, auf die ich eigentlich gehe mich hat. Und außerdem ist mir Jus relativ leicht gefallen am Anfang. Und dann habe ich halt weitergearbeitet. Genau. Und über Umwege, viele, viele Umwege und Sachen, die dann dazwischen passiert sind, habe ich es tatsächlich auch fertig studiert. Und habe nicht nur fertig studiert, sondern auch noch als Zivilrechtsassistent gearbeitet auf der Uni. Aber das war auch super, weil mit den Kolleginnen, die damals mit mir gleichzeitig dort gearbeitet haben, am Institut für Mutli-Mediale Linzer Rechtsstudien, verstehe ich mir nicht mehr sehr gut. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe. Und letztens haben wir, zumindest ein Teil, vorletzte Wochen war das, haben wir uns sogar wieder getroffen und uns ausgetauscht ein bisschen. Und es war so, ob wir eigentlich noch immer zusammenarbeiten würden. Das heißt, du möchtest eigentlich nur zum Landsee gehen und sagen, ich möchte dort bei dir die, wie sagt man da, die Konzipient sein? Nein, es geht nicht, weil ich nämlich direkt von der Uni auf der studentischen Seite auf die assistentische Seite gewechselt bin und dazwischen nicht das Gerichtspraktikum gemacht habe. Und ohne Gerichtspraktikum, das dauert neun Monate, glaube ich, das ändert sich jedes Monat, wie lange es dauert, kann man nicht weitergehen in die juristischen Kernberufe, Anwalt, Notar und so weiter. Da ist ja überall die Voraussetzung, dass man eben das Gerichtspraktikum gemacht hat. Das heißt, was will dir, wenn du den Weg weiter wählen würdest, was du da nicht tust, aber was will dir dann noch bleiben vor der Ausbildung? Also dieses Gerichtspraktikum und dann eben die moderne Version der Sklaverei jenseits von Bangladesch, nämlich Konzipient sein. Also da werden sich jetzt einige Juristen natürlich im Grabe umdrehen und sagen, du bist ja kein Sklave. Aber was ist okay, bei manchen Kanzleien kann es sein, ich bin jetzt wieder sehr juristisch vorsichtig, dass man mehr als die gewohnten 40 Stunden arbeiten muss, teilweise das drei- oder vierfache in der Woche. Habe ich gehört, aber der Michi Lanzinger war ja interessanterweise sogar ein Kollege von mir, der ist ja sozusagen Teil von dieser Gruppe, die sich noch immer trifft und der hat sich halt viel besser gekriegt. Ich habe den großen Respekt und bewundert, wie der Michi das macht als Anwalt. Und ich finde, wann wer Anwalt sein soll, wann wer seine Berufung zum Beruf gemacht hat, dann ist das der Michi Lanzinger. Komplett, also der ist Anwalt mit allem und scharf. Also er ist wirklich super, so wie es ihr halt erlebt von außen. Ich habe mit ihm gemeinsam die Lawbusters und so, damit hat er auch relativ viel Kontakt mit ihm, was mich sehr gefreut und er hat mir auch schon ein paar Mal geholfen als Anwalt, als mein Anwalt. Und da weiß ich einfach, dass er das wirklich super macht. Sehr cool. Das heißt, aus derer Kuppenhaus ist dann im Prinzip eigentlich dann die Idee zu den Lawbusters entstanden? Nein, die Lawbusters-Idee, das muss ich neidlos zugestehen, hat der Michi Lanzinger in seinem Kopf gefunden. Alleine und hat mich dann eingeweiht und hat gesagt, Max, kennst du die Sciencebusters? Und ich habe gesagt, ja, dann machen wir dasselbe mit Jus. Lawbusters. Und ich habe gesagt, ja. Gemeinsam waren wir Tür-an-Tür-Kollegen auf der Uni. Ah, war das noch zur Uni-Zeiten, wo es angefangen hat zu gehen? Ist da der Uts und die Ingrid auch da ein Kleiderpreis? Nein, die waren zuerst viel später passiert eigentlich, weil wir natürlich dann auch das alles eher mal so als Idee. Ja, irgendwann machen wir ein Kabarett, haben wir gesagt, mit den Lawbusters. Irgendwann machen wir was Lustiges. Und haben halt mal so braingestormt. Michi hat auch Sachen aufgeschrieben, ich habe Sachen aufgeschrieben. Und dann haben wir halt irgendwie so uns gedacht, naja, es wäre doch gar nicht schlecht, wenn wir nur einen Dritten im Bunde hätten und vielleicht auch eine Frau, sodass wir das nicht so, also wir haben damals, es war auch ein bisschen der Gender-Gedanke sozusagen dahinter, dass wir einfach die Sache von zumindest zwei Seiten beleuchten können. Und da ist dann die Ingrid dazukommen. Damals noch Gumprecht, jetzt Saueressig. Und hat, ja, die hat dann halt das Ganze ein bisschen vorangetrieben, muss man auch sagen. Wirklich, sie hat dann auch geschaut, was wir ein bisschen wirtschaftlich mehr denken, also hat immer gefragt. Und als dann sie dabei waren, haben wir auch unseren ersten Vortrag gehalten für Pädagoginnen. In Kooperation mit dem Pangea-Verein in Linz. Die haben uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und haben dafür nur 40 Euro verlangt für den ganzen Abend. Und es war voll super. Und es waren irgendwie so 20 Pädagoginnen da. Und wir haben halt wirklich so rechtliche Aspekte vom Lehrer oder Kindergartenpädagogin sein beleuchtet. Wie zum Beispiel, was ist, wenn die Eltern nicht kommen und das Kind nicht abholen? Muss ich da bleiben oder was tut man? Ganz kurz gesagt, eigentlich müssen wir Polizei rufen. Weil die sind die Einzigen, die die Verantwortung für den Menschen übernehmen dürfen, bis dass die Erziehungsberechtigten wieder da sind. Das ist natürlich mega scheiße für das Kind. Aber das ist die juristisch wasserdichte Lösung. Ja, sicher, weil du hast das als Lehrkörper, hast du nur eine gewisse Anzahl von Stunden, die du machst. Genau, und du bist dann dann nachher nicht mehr verantwortlich für das Kind. Also das ist, ja. Also genau, auf jeden Fall haben wir das halt gemacht. Und wir haben auch freiwillige Spenden gesetzt damals. Das ist ja auch sehr lustig. Wir haben ein kleines Buffet gemacht mit Aufstrichen und Brot und Gepäck. Und ich glaube, es war auch was Süßes dabei. Lass mich raten, es ist nichts hinzukommen. Nein, es war, was es hinzukommen ist, zwei Stunden Vortrag oder drei Stunden Vortrag, Brötchen und alles, freiwillige Spenden, 39 Euro. Das heißt, wir haben nur einen Euro Verlust gemacht. Wenn man jetzt nicht das zählt, dass wir das Brot kaufen haben müssen, Vortraum und so weiter. Ja. Das waren ja Anfänger von den Law Busters. Das sind ja auf der Uni passiert, sozusagen. Auf der Uni, das waren immer so Gespräche beim Michi Lanzinger, also in seinem Büro war das. Ich bin ja umgegangen und dann hat er mal gesagt, machen wir die Law Busters? Ich habe gesagt, ja. Und ein anderes Mal hat er gefragt, kennst du Firefly? Und ich habe gesagt, nein. Wirklich nicht gekannt. Und dann hat er gesagt, schau dir das einmal an. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß, dass der Michi ja mega Nerd ist. Und dann, ich weiß nicht, weil ich das durchdruckte, dass ich mir, Firefly, wie heißt denn das schon? Was, ich gehe jetzt da um Glüh, was? Und dann hat er mir irgendwie die Folgen mitgegeben, auch vom OSB-Stick, glaube ich, oder so. Gekauft natürlich. Die sind vom Saturn-Laster abgefallen. Ein Backup-Versöhnung. Und auf jeden Fall habe ich mir das dann angeschaut und war auf der Stelle. Nach den ersten fünf Minuten habe ich mir gedacht, das gibt es jetzt aber nicht, oder? Und dann bin ich, also ich bin ein riesengroßer Fan von Firefly. Und jetzt gerade verweigere ich es mir schon seit vielen Jahren, die Serie zu schauen und einen Film. Und hoffe darauf, dass ich vergieße, worum es gegangen ist. Leider wird das nicht funktionieren, aber zumindest vergieße ich Details. Und freue mich dann einfach schon, wenn ich mir es irgendwann wieder mal frisch anschauen kann. Hoffentlich so frisch wie möglich. Weil ich es einfach so mag, die Art, den Humor, das Setting, alles drumherum. Und alles, was da daraus gekommen ist, das Brettspiel und der Film. Und alles irgendwie ist für mich einfach großartig. Für mich ist immer noch eine der besten Szenen die, wo sie im Gemeinschaftsraum sind. Und sie dann diskutieren, wie es weitergeht. Und im nächsten Film, dann sagt sie nach dem Motto, ob ehrlich der Käpt'n sei, wie sie nach dem Motto. Weil offensichtlich ist er nicht gut genug. Und der andere sagt, ja natürlich, geht nicht, geht nicht. Und findet aber keine Begründung. Das ist so genial. Ja, das ist einfach wunderbar. Oder auch, wenn du da sitzt und auf einmal schreitst. Oh mein Gott, who's flying this ship? Nachdem sie dann ein bisschen über die Kühe dieses Space Basketball spielt. Es ist einfach, es ist wunderbar. Es ist einfach super. Und ja, genau. Also das ist auch, da habe ich auch dem Michel Lanzinger zu verdanken, dass ich die Serie kenne. Das heißt, du bist dann eigentlich erst durch Erben zum Nerd geworden. Kann man das dann so sagen? Naja. Oder warst du schon immer ein bisschen so... Ich bin vielleicht Nerdiger geworden. Das heißt, Voyager hast du nicht durch Erben kennengelernt? Gut, ich darf über Voyager reden, oder was? Macht euch gepasst. Nur ausnahmsweise. Das kommt eh aus, so gut. Nein, also, Voyager war schon vorher. Voyager ist ja, ich glaube, das ist der Brückenschlag zum Lawbusters Podcast. Voyager ist deswegen meine Star Trek Serie, weil es halt gleichzeitig zu dem, wo ich am empfänglichsten für Star Trek war, das erste Mal in Österreich ausgestrahlt worden ist. Ich glaube, das war Anfang 2000. In den 99 Jahren, Anfang 2000. Ja, genau. Das war genau das, wo ich halt wirklich so... Und deswegen ist es halt Voyager. Und nicht Deep Space Nine. Und sowieso nicht Next Generation und Original Series. Das war halt irgendwie das. Genau. Danach ist ja Enterprise gekommen quasi. Und ich habe es wirklich jetzt schon mehrmals probiert, dass ich mir alle Folgen ausschaue. Und ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde es total interessant. Und der Ansatz quasi, dass das so... Man merkt ja auch so vom Design her, von allem, nicht nur das, was so offensichtlich ist, sondern auch kleinere Sachen wie die Embleme, die erinnern so stark an die NASA, an das, was die NASA sozusagen macht. Und ich finde es auch cool, dass der Archer einen Beagle hat, genau wie wir. Der Porthos ist einfach volllässig. Aber irgendwie ist halt... Man merkt so stark, dass sie Produzenten so eingemischt haben. Und das war halt damals einfach die Zeit, wo sich die Produzenten viel zu viel eingemischt haben. Ich finde, die Seven of Nine in Voyager, das geht sich nur aus irgendwie, weil halt die Jerry Ryan so eine unfassbar gute Schauspielerin ist, die das halt irgendwie schafft, dass man dann nicht mehr nur auf das schaut, dass sie halt auch ein Onesie anhat die ganze Zeit, sondern dass sie wirklich einfach ein vollwertiges, für mich wirklich ein vollwertiges Mitglied dieser Crew wird und auch des Ensembles. Also quasi auf der schauspielerischen Seite. Aber das geht es halt mit der Tepol überhaupt nicht aus. Und dann sind sie immer in dieser Dekontaminationskammer, wo sie sich dann gegenseitig einschmieren müssen. Und die Hoshi und die Tepol und der Taka. Und dann müssen sie immer, sind sie alle die ganze Zeit nur nackert, weil sie halt gehofft haben, dass sie dadurch ein paar mehr Mann an die Serie. Also das halte ich überhaupt nicht aus. Ja, ich finde auch, so ein paar Sachen sind sehr eigenartig geredet bei Enterprise, wenn wir kurz zum Bogen schlagen. Aber es sind ein paar gute Schauspieler dabei. Ja, ich finde, gewisse Storystränge sind sehr eigenartig. Und das Ganze mit einem temporalen Krieg, das ist einfach nur eine faschissene Story. Sobald Zeitreisen vorkommen, kannst du das in 95 Prozent der Fälle, sagen wir mal, vergessen. Ich finde, es geht sich aus bei Zurück in die Zukunft. Terminator zum Beispiel geht es sich auch aus. Aber manche Folgen finde ich, zum Beispiel der Schluss von Voyager, die letzten zwei, sozusagen Abschluss von der Serie, das funktioniert halt auch irgendwie, weil ich es so geil finde, dass halt da die Chainway dann sozusagen alles alte zurückkommt und einfach auf alles scheißt sozusagen. Wisst ihr was? Wir, wir, wir. Ja, aber das war, also vom Gefühl her, muss ich sagen, war es ein bisschen zu schnell. Natürlich, es war rushed, weil sie gewusst haben, okay, wir kriegen keine achte Staffel mehr oder neinte oder was. Also es hätten noch drei, vier, fünf Folgen gefällt, damit sie es einleiten, damit sie es durchziehen. So was nur passt, wir drucken einfach auf schnellen Vorlauf und tanken. Ja, das stimmt schon. Es ist aber trotzdem irgendwie nur, also es stimmt total, weil die zwei Folgen fühlen sich echt an wie ein Star Trek Film. Also ich finde es voll geil, Endgame, alles. Und dann ist es aber, und auf einmal ist die Voyager wieder quasi, und auf dem Screen ist die Erde, und dann denke ich so, es ist aber geil, geil. Das ist dann irgendwie ein bisschen rushed, das stimmt total. Aber Star Trek, also Voyager war eben genau zu der Zeit, und ich weiß nicht, das gibt mir einfach auch so ein heimeliges Gefühl. Und ich glaube, ich habe auch total viel von meinem, das war jetzt vielleicht ein bisschen deppert, von diesem moralischen Kompass, den man so hat als Mensch, von der Chainway, glaube ich, gelernt. Was die entscheidet, und ich finde, sie ist ein wahnsinnig guter Captain, von dem, wie sie quasi da das schafft. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Captain auf die Art und Weise geschafft hat, wie sie das gemacht hat. Ich finde sie sehr konsistent geschrieben, die meiste Zeit, es gibt Ausreißer natürlich, und das habe ich schon oft gesagt, in Voyager gibt es die geilsten Star Trek Folgen, es gibt aber auch die absolut schlechtesten Star Trek Folgen. Von denen, die du gesehen hast. Von allen, was ich, ja okay, von allen, die ich gesehen habe. Weil ich weichere mir ja nach wie vor, dass sie Discovery aufkehrt, weil es komplett irre sind, die Leute. Mich interessieren die Star Wars Serien, die außergekommen sind, überhaupt nicht mehr. Das hat Disney nachhaltig und umfassend und abschließend verbockt. Komplett. Also es geht sich einfach nicht mehr aus für mich. Boba Fett, Mandalorian, was und alles außergekommen ist. Und jetzt ohne Loben, jetzt Andor, so komplett arg mit dem Diego Luna. Ich mag den Diego Luna total. Ich glaube, dass der das sicher voll gut macht. Und sie sagen, nein, es ist wirklich wie das alte Star Wars und so, Masterclass in, wie man eine Serie schreibt und so. Ich schaffe es nicht, dass ich mich da durchringe. Ich schaue mir lieber die Office nur einmal an, das 25. Mal, oder halt Voyager Folgen. Ja, noch immer in 4 zu 3 und alles. Und pixelig. Aber ich finde, das ist so, das ist wirklich, wenn man mal ein todes Pferd haut. Andere Richtung. Zu dem Zeitpunkt, wie Voyager rausgekommen ist, ist auch die Serie von Stargate, also die SG-1 rausgekommen. Ja. Wie ist da dein Zugang dazu? Schön, dass es es gibt und wird ignoriert, oder? Also, nein, ich habe nur schon, also die, mit dem Richard Dean Anderson, also die, die ist... Mit dem MacGyver, bitte. Mit dem MacGyver, genau. Die habe ich mir schon angeschaut. Ich habe es immer so steil gefunden, dass es gibt quasi den unfassbaren Film mit Kurt Russell und alles und das ist so episch und so groß und so irre und da kommt ja die Serie daher und die sind so, okay. Ja, da hat es ja irgendwelche rechte Probleme gegeben, deswegen haben wir den Namen ein bisschen anders gehasst müssen und so weiter und deswegen ist das ja nicht eins zu eins dasselbe. Okay, ja und der Richard Dean Anderson hat sich als MacGyver da hineingetrickst. Ja, ja. Eigentlich ist es ja der Kurt Russell die ganze Zeit. Ja, nein, also ich finde es eigentlich, ich finde es einen interessanten Ansatz, aber es hat mich nie so so gehuckt, wie jetzt zum Beispiel Star Trek. Genau. Ich schaue, der filmt auch mal total und auch diese Idee, dass es quasi überall diese Portale gibt und dass man dadurch sehr schnell reisen kann, ist quasi der Warpantrieb ersetzt worden und so, das finde ich total cool. Aber so ein großer Fan bin ich jetzt auch nicht von Ägypten, also vom alten Ägypten, dass ich da mich so stark ja, eingesteigert hätte oder was auch nicht. Dann die anderen, diese Spin-offs und so, das es dann gibt mit Atlantis und so weiter, das ist alles an mir komplett vorüber gegangen. Eine lustige Geschichte habe ich dazu, das was mir als erstes einmal ist, das, dass da wieder einmal der Lanzinger Michael ein sehr großer Fan ist von Stargate und allem, also alles was da an Fernsehen gibt und der hat wieder auf der Uni hat einmal gefragt, ob Irgend, wer die, die hat ja alles auf DVD gehabt, alles, alles auf DVD und es ist ein ganz großer Reisekoffer voll mit Stargate allem drinnen und tatsächlich ein Kollege von uns, der im öffentlichen Recht gearbeitet hat, der Christian, hat gesagt, er kauft ihm das ab und hat dann unter mich diesen Koffer mit DVDs gebracht und der Christian war so froh und so happy, der war allgemein einfach ein lustiger, ein super Mensch und dann hat er einfach das und dann hat er mich in sein Büro geholt und da ist alles das drinnen, das drinnen und da hat er gar nicht so viel verlangt dafür und so, irre, irre einfach. So, das ist das, was mir am ersten Einfallstags, ich weiß noch genau, diesen riesen Koffer mit so viel DVDs drinnen und alles original DVDs und einfach das, ja, irre, wirklich super. Es ist spannend, wenn man ein Lanzi mal geredet hat, wenn es da geht, weil er Folgen dazu machen will und er irgendwie so, naja, kennt er sich nicht so aus, habe ich das in Erinnerung gehabt vom Gespräch? Nein, vielleicht war es ja auch das der Grund, warum er es verkauft hat, dass er halt irgendwie, das alles, vielleicht hat er irgendjemand einmal gehört, er kennt sich aus oder er mag das und dann haben wir ihm alle das geschenkt zum Geburtstag oder sowas. Wie bei mir ist es oft wie gesagt, ich mag Whisky, auf einmal habe ich 25 Flaschen Shivas Regal daheim schnell gehabt. Und der Hinige lieber. Ja, genau. Danke. ja, richtig. Nein, absolut spannend, ja. Was da geht, ja. Nein, was ich schon sagen muss, also die Grundidee von der letzten Geschichte, die leider eingegangen ist, habe ich extrem geil gefunden. Was da geht jetzt, oder wie? Was ist das? Atlantis gewesen? Nein, es war nicht Atlantis. Atlantis war das mit die Vampire. Dann hat es gegeben noch gegen, die sind dann eben dann einmal entsorgt, Entschuldigung, überwunden worden. Ja. Und dann hat man neue Gegner gehabt, das waren die Uri, das waren so Pfaffen, also so Priesterähnliche Energiekichten. Ja, ich glaube, die habe ich zumindest in meinem Durchsappen. das war dann ein bisschen sehr gematig. Von der Idee her lustig, aber eher so, wir sind die römisch-katholische Kirche auf Kreuzzug, nur halt im Weltall so in die Richtung. Und dann hat es ja dann noch den Oblieger gegeben, wo es ja dann einfach, wo der Anfang schon so genial war, und zwar ein Typ hat einfach nur ein Computerspiel gespielt mit seinem besten Freund, was in der Beta-Phase war oder irgendwie sowas, und dann hat er ein Rätsel lösen müssen, das hat er dann gelöst und plötzlich hat bei ihm so das Militär angelaufen und er gemeint, so, er darf da mitkommen. Du bist es quasi. So nach dem Motto, du bist es, das hat noch keiner vor dir gelöst und er so, ist ja nur ein Computerspiel, äh, und dann hat sich herausgestellt, er hat das Rätsel gelöst, dass er, dass sie ein Portal öffnen können, nämlich auf einem Raumschiff. Ja. Und man war auf dem Raumschiff und war Friede von Eierkuchen, waren ein paar Politiker dabei, ist eh klar, und dann auf einmal ist die Basisangriff geworden, weil, waren ja Spione oder sowas und dann haben sie sich nicht mehr gegenseitig hin und her teleportieren können. Aha. Und dann sind sie umeinander gesprungen. Die Idee, zugrunde liegend und so weiter, hat extrem viel hergegeben. Es war halt nur ein enges Kammerspiel, was das betrifft. Ja. Und das war, glaube ich, das ist für manche ein Problem. Also, da kann ich jetzt nur eine Sache erzählen, die, also das ist für mich so eine von den nerdigsten oder halt seltsamsten Sachen überhaupt, eine von meinen Lieblingsserien ist, ich hoffe, alle sitzen, nein, weiß ich nicht, ob das überhaupt erkennt, Sliders. Ich wollte das indirekt auf das voransprechen, weil bei Sliders haben wir das Problem, genau das, was bei SG1A ist, wir sind im Prinzip immer von einer Version zu einer anderen Version von der Erde, es geht alles mit Dollar, jeder kann jeden verstehen. Zum Beispiel, ja genau, das Geldproblem, das Sprachenproblem bei Sliders ist natürlich groß, aber so, ich weiß nicht genau, wieso, ich glaube, das hat mich einfach auch genau dort gekratzt, wo es mich als Jugendlicher gekitzelt hat, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht genau, dass ich die Serie gesehen habe, aber nicht alle Folgen natürlich, sondern nur ein paar und dann habe ich mich irgendwann wieder daran erinnert und gesagt, Alter, weißt du, diese eine coole Serie, wo es so mit einem Timer in Wörten, ich weiß nicht, dann habe ich es, glaube ich, gealterwistert damals noch. Das wirst du vielleicht nicht mehr. Nein, es war schon gegoogelt. Also hat einmal ein Kollege gesagt, ich bin auf der Uni, damals haben wir noch alles mit alter Wister gegoogelt. Ja, da war der Rice Davis dabei, gell? Ja, genau, der John, also, da habe ich es gefunden und habe mir das wieder angeschaut sozusagen. Achso, das ist Rice Davis oder John Rice? John Rhys Davis. John Rhys Davis, okay. Und genau, das war halt für mich so, das, das, also, man muss dazu sagen, es gibt fünf Staffeln, glaube ich, von Sliders und es gibt eigentlich nur so dreieinhalb Staffeln, die irgendwie funktionieren, weil dann kann man, und das ist auch wieder, deswegen habe ich das zuerst bei Star Trek, also bei Enterprise gesagt, da haben sich ja auch die Produzenten unfassbar eingemischt, also das war so die Zeit, Firefly war es ja auch so, die sind ja auch nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestattet worden und zwei Folgen gar nicht oder drei. Ja, aber das war damals auch bei Star Trek schon so Standard. Ja, das ist extrem viel von den Produzenten herumgeschoben worden oder gemodelt worden und das war bei Sliders halt auch so. Ja, beziehungsweise das, was ich halt im Vorrobenprogramm, weil meistens sind die die Folgen im Vorrobenprogramm vor, die Hauptfilmigrant, gerade im amerikanischen Fernsehen und was jetzt so ein bisschen dazu passt, zu den Playoffs oder ähnliche Sachen. Entweder so, genau, oder es war so, dass sie gesagt haben, Sliders zum Beispiel hat ja einen großen Wogen über die erste Staffel und es ist ja immer so, dass quasi sie, es fangen immer so aus, sie kommen in eine neue Welt meistens, dann sind sie entweder nur ganz kurz in der Welt oder es ist halt schon die Welt, wo halt sozusagen dieses Genre, Western oder was weiß ich, Apokalypse oder sowas halt oder die Russen haben gewonnen, spült und dann schaffen sie es in irgendeiner Weise, dass halt in die nächste Welt springen, Sliden, Entschuldigung und in der neuen Welt ist dann die Folge halt Gore und oft sind es aber Cliffhanger, dass man halt wieder einschalten, weiß ich nicht, da sind es halt, sie Sliden direkt in eine überflutete Welt, wo halt sozusagen San Francisco, da ist ja die Needle, dieses spitze Hochhaus, in San Francisco, das quasi nur noch mit zwei Metern aus dem Wasser rausschaut, fürchterliche Effekte, katastrophale Effekte, vor allem, wieso sollte alles genauso gebaut worden sein und dann ist die Welt überflucht, ist ja egal, um das geht es nicht, um das geht es nicht, sondern es geht, dann Sliden sie dorthin und wollen quasi ins Wasser und in der nächsten Folge, eigentlich werden sie so das zu der Needle hinschwimmen und sie dort halt auch viel retten vor einem riesengroßen Megalodon-Hai-Fisch-Version und Dings, aber weil sie nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestattet worden sind, heißen sie jetzt auch anders, also sind sie in einer anderen Reihenfolge auf den DVDs und so und jetzt ist es jetzt so, dass in einer Folge Sliden sie quasi ins Wasser ein, die ist gore, dann sind sie in der nächsten Folge irgendwo anders und in der übernächsten Folge auf einmal sind sie wieder im Wasser und müssen sie auf die Needle retten und hat das so, weil halt quasi gesagt, naja, jetzt haben wir eh zweimal schon so eine verkopfte Folge gehabt, jetzt brauchen wir wieder mal was, wo die Wade Wells mehr vorkommt so und diese dann auch die sind dann ersetzt worden, die Wade, also sukzessorisch alle ersetzt worden. Aber ich dachte, das waren am Anfang ja nur drei? Es waren vier. Vier Original Sliders. Okay, der Buhr? The Q, genau, the Q-Ball quasi, der Quinn Mallory, die Wade Wells, das war, das war die Love Interests, dann der John Rhys-Davis, also der Maximilian Arturo, vielleicht ist deswegen auch was, das mir so gefallen hat, weil der ist der einzige, war der Maximilian geheißen hat und noch der Crying Man. Okay. Also, ich kann mich an sie gar nicht mehr erinnern. Naja, sie war nicht so, weiß ich nicht, nicht so spannend, sie war halt einfach nicht eine, die Blonde mit den blauen Augen, die immer nur die kurzen Rockerlack haben, sondern sie war einfach ein vollwertiges Mitglied von diesen vier Sliders halt so. Natürlich hat es diese Liebesgeschichte gegeben zwischen Quinn und ihr, aber das war jetzt nicht dominant sozusagen und sie war aber leider Gottes halt auch teilweise wieder total dumm geschrieben so, dass sie sich gleich in den Erstbesten verliebt immer so, also das ist halt auch ein großes Problem gewesen von 90er, 2000er. Das war generell, das war wurscht was. Der Quinn Mallory ist der Jerry O'Connell und die Wade Wells ist die Sabrina Lloyd und der Cleveland Derricks ist der Rembrandt Brown, der Crying Man und halt der John Rhys-Davis war der Maximilian Arturo und dann ist die, die sind alle ersetzt worden, einer nach dem anderen und der erste war der Maximilian Arturo, der gehen hat müssen und es waren ja große, große Probleme, weil, weiß ich nicht, es gibt, also der John Rhys-Davis hat sich halt seit seiner Karriere bei Sliders aufgeregt, dass die Folgen immer dümmer werden und hat halt immer, das kann man sich richtig gut vorstellen, er, Gimli mehr oder weniger, hat halt immer gesagt, das ist wieder immer dümmer, wir wollen eine anspruchsvolle Serie sein eigentlich oder was und schauen, wie würde die Erde anders funktionieren, wenn was anders wäre und so weiter, wenn auch nur quasi der Flügelschlag von einem Schmetterling anders ist und dann sind es aber nur so dumme Folgen die ganze Zeit und irgendwann einmal hat es halt die Produzenten gereicht mit seinem ständigen Strampfen und stellen wir uns einmal alle so Serien vor jetzt, es gibt Serien und in Serien sterben Leute manchmal so und oft gibt es halt dann so, wenn es ein beliebter Charakter war, gibt es so einen Tod, der halt irgendwie sanft ist, man stirbt einfach oder es ist ein ganz arger Tod wie bei Game of Thrones in der ersten Staffel stirbt ja auch, kann man das schon sagen, darf man das sagen, der Ned Stark stirbt halt da, wird hingerichtet und es ist halt ganz arg, man sieht die Reaktionen von der Arya, die quasi zuschaut, wie sie ihren Vater köpfen und die Vögel fliegen weg und es ist so richtig ein epischer, würdevoller Tod bei anderen Serien ebenso, wenn ein beliebter Charakter stirbt, dann gibt es vielleicht auch noch eine Beerdigung oder es gibt irgendwie eine Zeremonie oder mit einem Pfeil wird das Boot anzünden, auf dem der Leichnam einbalsamiert weg Richtung Wasserfall schwimmt und so weiter, Cut zu Sliders, Maximilian Arturo, wir sind in der Mitte der dritten Staffel, sie kommen auf einen Planeten, ist eine Doppelfolge, sie kommen auf einen Planeten, auf dem ein mysteriöser Virus oder Krankheit umgeht, nämlich die Leute werden bettlägerig und quasi schwerstbehindert, wenn sie angefangen werden davon und liegen dann da und können nicht mehr reden, sind komplett quasi dumm und so weiter und sind halt irgendwie nur noch ein Schatten ihrer selbst, sind nicht Zombies, sie leben, so, genau, dann nach einer Zeit steht sich heraus, dass das ein militärischer General ist, der mittels einer neuen Methode, die er halt irgendwo gestohlen hat, glaube ich, oder so, den Menschen das Gehirn aussaugt und sich selber injizieren kann und dadurch halt mega stark wird oder ewig lebt oder sowas. Also schon eine absurde Geschichte mal, schon mal so richtig dumme Geschichte, Und dann ist es so, dass diese Welt ist dem Untergang geweiht, weil sie mit unfassbarer Geschwindigkeit drehender Quasar nähert, der die Erde zerstören wird. In einem Bruchteil einer Sekunde wird quasi alles insineriert und explodiert und dann ist die Erde weg. Und natürlich ist alles super knapp, weil der Timer zählt runter und es ist irgendwie so, genau in dem Moment, wo die Erde zerstört wird, können sie sliden. Und dann ist natürlich so, dass dieser General dem Maximilian Naturo das Gehirn aussaugt. Und dann wird er bettlägerig, ist genau das Gegenteil von dem, was er die drei halb Staffeln war, nämlich ein kluger, gesetzter, charmanter Brite, der halt sehr, sehr viel weiß. Und wird genau ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, der John Rhys Stavis muss dann, das ist wirklich so, also ganz genau das Gegenteil von dem, er war immer eher aufbrausend und stark und sehr dominant, muss genau das Gegenteil bettlägerig spielen und sogar glaube ich ein bisschen Speichelfluss spielen und solche Sachen. Und dann, statt dass er quasi dann in irgendeiner Weise einen würdevollen Abschied kriegt ins Leiders, wird natürlich die Erde, auf der er sich befindet, zerstört. So mit du kannst nicht zurückkommen. So irgendwie. Und davor wird er noch verwechselt auch, das heißt, man weiß gar nicht, welcher Maximilian Naturl jetzt stirbt. Es ist also ganz, ganz weit, wie der ausgekickt wird. Er wollte sicher nicht mehr zurückkommen, aber halt so. Und dann sukzessive sind alle anderen auch ersetzt worden, außer dem Cleven Derricks. Der Rembrandt Brown, der Crying Man, ist der Einzige, der in allen Folgen dabei ist, in allen fünf Staffeln. Wobei das glaube ich auch nur noch ein Qual gewesen sein muss, weil einmal die Wade Wells muss dann gehen. Die wird das jetzt mit der Carrie Wura und die ist dann die Rothaarige mit den dicken Busen, die halt irgendwie wieder ein Blickfang sein soll, dass es halt noch irgendwie weiter geht und dann führen sie auch so einen Handlungsstrang ein, so einen übergreifenden die Crow-Mags, die quasi so eine andere Evolution des Homo-Sapiens sein sollen, also die Cro-Magnon-Menschen, die es ja da gibt, sozusagen, wo auch gesagt worden ist, die sind sehr intelligent gewesen, die haben quasi dann gewungen, den Wettlauf der Evolution und die haben auch das Leiden entdeckt und die können natürlich dann auch leiden und blablabla, fürchterlich, also ganz schlecht. In dem Moment, wo der Maximilian Arturo stirbt, in der Folge, kannst du die Serie komplett vergessen. Das heißt, dass im Endeffekt, wenn ich das jetzt so höre, ich habe es vielleicht drei, vier Folgen gesehen, oder was, das ist ja schon wie ein Viertel Jahrhundert her, mir hat das nie wirklich so richtig umgehauen, das ganze Thema, weil mit mir war die Aufbereitung zu dumm. Ich habe ja in dem Sinn ja zurück in die Zukunft und ähnliches oder Twilight Zone und ähnliches gehabt, da war das nur, warum ich es vorsichtig auszudrücken, wirkliche, schwachsinnige Hollywood-Produktion. Ja, voll. Das heißt, Staffel eins bis drei und danach einfach aufhören. Da kann man eigentlich aufhören, also in der Mitte von der dritten kann man aufhören. Ich habe es super gefunden, weil sie sich eigentlich schon ein bisschen was an da haben. Es gibt zum Beispiel, der Crying Man ist ja sozusagen, der kommt ja nur durch Zufall dazu, der Rembrandt Brown, weil er halt dieses Sliding, dieses Portal aus der Rand- und Band gerät beim ersten Mal und er hat mit dem Auto reingefahren und er war halt gerade auf dem Weg gewesen und sagt er, dass er so groß wird wie der Elvis, so in die Richtung. und dann haben sie wirklich ein Musikvideo getraten. Das gibt es ja wohl, das sieht man nie in der Serie, das kann man nur auf YouTube sehen. Da war halt echt genau sein großes Markenzeichen, finde ich auch so lustig, dass er halt von beiden Augen individuell weinen kann. Er kann also quasi nur links oder nur rechts cryen, the crying man. Gut, das ist ein lustiger Aufhänger, aber absolut. Es ist deppert, aber es ist so ein einfacher Science-Fiction quasi auf der Basis, einfach was waren die Russen gewonnen, was waren die Erde quasi nur von den Dinosauriern beherrscht. So im Sinne von, dass man den Jugendlichen ein bisschen so Perspektiven gibt. Ja, oder weiß ich nicht genau, es gibt sehr viel so Folgen, oder Penicillin haben sie nicht erfunden zum Beispiel und dann erfindet der super schlaue Professor Maximilian Arturo so eine Basisversion von Penicillin mit einem Joghurt-Schimmel. Ja, glaubst du? Also auch ganz, ganz einfache, dumme Sachen. Aber glaubst du, dass die Intention eher so ebenso alternativ aufzeigend für das damalige Schulsystem war im Sinne von, damit die Leute, weil die Zielgruppe ist ja jugendlich von zwischen 10 und 15 oder sowas, dass sie ein bisschen offener sind im Sinne von, man hat nicht immer alles gehabt, es gibt gewisse Sachen, die erfunden werden, haben müssen oder was, so ein bisschen so in die Lehrschiene reingegangen. Ob die das leider so einen Bildungsauftrag gehabt haben? Ja. Ich hoffe nicht. Okay. Nein, in Österreich ist es wieder ein bisschen anders. Ich habe das ein bisschen verfolgt, das vor kurzem, die Anime-Geschichte, wie es in Österreich und deutschsprachigen Raum gekommen ist, durch Heidi und so, was Anime ist und was nicht, weil die Firmen und so weiter und mit welchen Hintergrund die gekommen sind, aber sehr interessante Folgen. Ah, okay. Ja, da gibt es etwas ganzes Geniales und die haben schon einen Bildungsauftrag gehabt und da wurde auch sehr stark eingeschränkt bei gewissen Dingen, deswegen gibt es auch von Captain Future nicht Olive Wing auf der Edge. Aha. Nicht nur wegen den Kosten. Schreck, schreck. Aber wie gesagt, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, nein, also da, ja, nein, das weiß ich nicht, also ich glaube nicht. Sliders. Hast du das mitgekriegt, der Jerry O'Connell hat ja vorher noch was anderes mitgespielt, das war ja so, ein kleiner Teenie-Star zu dem Zeitpunkt. Ja, total, genau. Und da kann ich mich noch erinnern, da hat er bei einer Serie mitgespielt, wo er dank von Spree-Dosen fliegen hat können. Nein, das kenne ich nicht. Das war sowas von schwachsinnig. Ja, der Jerry O'Connell war immer so ein bisschen der C-Promi. Und da hat er im Prinzip der Doktor, der da mitgespielt hat, war glaube ich nachher der Doktor, der bei NCIS mitgespielt hat, wenn man nicht alles testet. Oh, wow, okay. Oder zumindest die Chance ziemlich ähnlich, ich meine, das war die 30er-Unterschied mir. Ja, ja, voll. Es ist erstaunlich, weil in Sliders auch sehr viel so Halbstars mitspielen. Zum Beispiel gibt es eine Folge, in der die ganze Menschheit ausgestorben ist und es lebt nur noch ein Mensch auf der Erde, der ist im Ruhestell und der hat sich Androiden gebaut. Also lebensimitierende Roboter komplett, also so mit wie Terminators, nur halt für nicht terminieren, Zwecke, nicht Terminationszwecke und der Schauspieler ist der, der in Freddy Krueger spielt. Ah. Der Original Freddy Krueger sozusagen. Ja, das ist der Edward L. Irgendwas, ja. Ja, genau. Also in der Hinsicht Robert England, glaube ich, heißt er. Kann das sein? Der Freddy Krueger. Das war auch eine Rolle und mit der wird er bis zum Lebensende assoziiert. Ja, wahrscheinlich. Also das war Edward oder Robert England? Robert England. Ja, Robert, ja. Der spielt da auch mit, würde ich sagen. Also es gibt immer wieder solche kleinen Gastauftritte von von zum Beispiel was wirklich lustig ist. Es gibt eine Folge, in der ist ganz San Francisco ein Gefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis, das so in der Postapokalypse war. Na, warte mal. Das sind zwei unterschiedliche Folgen, glaube ich. Ja, es sind zwei unterschiedliche Folgen, weil sie sind in einer Welt, da ist Postapokalypse und dann sliden aus Versehen zwei von der Postapokalypse mit in das Hochsicherheitsgefängnis San Francisco. Und einer davon ist das Snakeblissken. Wer? Das Snakeblissken. Snakeblissken ist gespielt von Kurt Russell. Die Klapperschlange. Ah, ja. Nein, aber es ist Nein, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Nein, es ist der Jeffrey Dean Morgan. Ganz jung, der Negan von der Walking Dead Serie. Der? Der Jeffrey Dean Morgan, damals noch ohne graue Melierung, ist quasi damals auch schon mit der Lederjacken. Also wirklich, es schaut fast aus, als ob der als ob der Negan, es fällt einem nur das weiße Leiberl und das rote durch und halt der Baseballschläger. Der spielt da zum Beispiel auch mit. Jeffrey Dean Morgan ist super. Also so, ja. Aber ich glaube, das war jetzt genug Zeit für Sliders. Ja, ich wollte dir auch gerade sagen, weil im Endeffekt Sliders hat ja offensichtlich einen großen Teil eingenommen. Ich meine, es ist abwechslungsreich, das muss man sagen, genauso wie es bei Star geht und so weiter. Ich muss ja auch, vielleicht abschließend kann ich noch sagen dazu, es gibt für mich, das ist jetzt mega schräg, aber es gibt für mich die Sliders-Stimmung draußen. Also wenn ein Tag kann, eine Sliders-Stimmung haben. Weil ihr irgendwie das Gefühl habt, in Sliders scheint nie die Sonne. In keiner Folge scheint die Sonne. Und es sind immer so, es ist so ganz niedrige Produktionskosten. Es hat immer eine gewisse Lichtstimmung und gewisse, ja allgemein einfach eine gewisse Stimmung. Und die kann sein, vor kurzem war es wieder, wenn es bedeckt ist draußen und nicht regnet, aber auch wirklich nicht schön ist, dann finde ich, dann bin ich wirklich, da denke ich dann, boah, wie Sliders. Na, ist schräg. Super schräg. Wie bist du dann weitergegangen in deiner Geschichte? Also wir haben im Prinzip gesagt, du hast Lobasters und so weiter, gibt es da noch irgendwelche anderen Projekte, die du verfolgt hattest oder hast? Median Chili haben wir schon gehört. Median Chili, genau. Ja, und halt mich als Kunstwerk. Nein, also einfach mein Tun sozusagen. Das ist halt so Schreiben, Theaterstücke inszenieren oder mitspülen und meine Stimme trainieren. Was schreibst du? Unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel für das, was die Madita vorher erzählt hat, beim Theatersommer in Haag habe ich entweder die Theaterstücke selber geschrieben oder sehr stark adaptiert von einem bestehenden Stoff. Das erste, was ich gemacht habe, war Alice im Wunderland zum Beispiel. Das habe ich sehr stark für die Gegebenheiten angepasst. Und dann danach haben wir des Kaisers allerneueste Kleider. Das war eine Vermischung aus zwei Märchen von Hans Christian Andersen, nämlich die Nachtigall und des Kaisers neue Kleider. Und das dritte war dann die Haagträumer. Das war ein Stück, das habe ich ganz selber geschrieben, sozusagen aus dem Kopf gekommen, sozusagen. Genau, also wenn ich was inszeniere, versuche ich, auch bei meinem ersten Stück, das ich überhaupt inszeniert habe, das war in Rheinbach, die junge Bühne Rheinbach, in der Nähe von Freistadt ist das. Da ist Freistadt, dann ist 14, das Dorf 14, dann das Dorf Abfoltern und dann kommt Rheinbach. Und dort habe ich das erste Mal inszenieren dürfen, mit Jugendlichen. Ein Stück, das heißt das Camp, und das ist eigentlich von Andreas Galk, ein deutscher Autor, der hat das geschrieben und ich habe es gelesen und mir hat es nicht recht gefallen, ich habe nicht genau gewusst, was ich damit auffangen soll, sondern habe es quasi umgeschrieben mit Erlaubnis des Autors beziehungsweise des Verlags und habe es jetzt so umgeschrieben, dass es irgendwie für unsere Zwecke besser passt. Es war zum Beispiel retrospektiv erzählt, während einer Gerichtsverhandlung erzählt, in Rückblicken, was passiert ist und es gespielt in einem Bootcamp in Amerika. Und es ist halt irgendwie in Rheinbach, Bootcamp in Amerika, Gerichtsverhandlung, es hat irgendwie so nicht dazu gepasst so. Und dann habe ich mir gedacht, wieso kann man es nicht einfach in einer Erziehungsanstalt für schwer erziehbare Jugendliche machen oder halt so quasi Jugendknast mäßig und habe dann halt mir da dann diese Geschichte so verdraht, dass es irgendwie passt für österreichische Zwecke und so. Genau, da habe ich es auch schon angepasst für mich. Und das hat eigentlich dann immer sich so weiterentwickelt. Ich habe dann auch halt lange zum Beispiel beim Lehrtheater-Ostern, das hat der Wolfgang Gerold ins Leben gerufen, das ist im Podischl. Also eigentlich gespielt im Kino und ehemaligem Lehrtheater, das jetzt aber gerade durch politische Wirren irgendwie leer steht, leider Gottes. Ich glaube, es ist ja teuer, dass man es renoviert und keiner will das zahlen. So, und da haben wir halt da haben wir Stücke gemacht, die habe ich nicht angepasst für mich, sondern das war halt eine klassische Sache, der Wolfgang hat gesagt, ob ich da Regie führen mag. Ich habe gesagt, ja. Und dann haben wir halt da das Konzert vom Hermann Bahr inszeniert oder Pension Schöller. Also das glaube ich, das sagt jedem, was die Pension Schöller ist ein grandioses Stück. Also es ist, zu Recht wird das noch immer auf und ab gespielt. Jetzt kommt es auch bald in Linz wieder im Landestheater oder ist schon. Pension Schöller. Es gibt auch die Schöller-Gesellschaft, die fahren zu jeder Inszenierung im Deutschsprachigen Raum. Waren auch bei uns. Genau. Da haben wir solche Sachen, mache ich. Was ich ganz lustig finde, weil du sagst, Pension Schöller, ich bin ja hin und wieder bei meinen Leuten mitgegessen. Ja. Und da ist genau das am Tisch gewesen, die Pension Schöller. Es war Inhalt unseres Gesprächs. Ja. Ja, super. Ich bin ja gespannt, was die da machen. Weil es ist ja doch ein sehr, sehr altes Stück. Und es gibt ja diese bekannte Version. Diese bekannte Version. Die oder sowas. Wie gesagt, ich persönlich selber kenne es nicht. Ja. Das ist der mit dem Sprachfehler, der kein N sagen kann. Ja, genau. Ich kann kein N sagen. Die Gnocke von Schinner. Ja. Und so. Und dann kommt dann alles vor. Ja, ja, necken Sie mich nur. Und man kann jetzt ja denken, sagt er necken oder halt necken. Also, genau. Aber ein super Stück. Hat mir total taugt, das zu inszenieren. Also mich spielt da zum Beispiel der Felix Kurmeier, der ist ein super Schauspieler aus Wien. Da haben wir ein bisschen eingegangen. Also da hat der Wolfgang quasi sehr viele Leute einfach gefragt, ob sie mitspielen wollen. Und das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich ein paar neue Menschen kennengelernt. Und mit denen war es eine große Freude zu arbeiten. Und ich schreibe Geschichten und Gedichte. Und so. So ist ja auch ein bisschen bei den Chili entstanden. Da schreibe ich auch viel von den Texten, die man dann zu Liedern machen oder zu den Melodien und Texte. Und das mache ich auch sehr gern. Teilweise, also nicht so viel wie ich möchte eigentlich, aber doch immer wieder. Wie kommen da die Ideen dazu? Zu den Geschichten, jetzt nicht zu den Songtexten? Aber beim Song ist es ja meistens so, dass du entweder sagst, du hast eine Melodie oder du hast einen Text. Ja, genau. Also die Texte, egal ob es jetzt ein Gedicht sind oder Geschichten, die sind, ich habe immer das Gefühl, dass die schon da sind und nur der Moment kommen muss, dass ich es aufschreiben kann. Und oft sind es dann Gedichte, die ich geschrieben habe und dann, das ist aber, als ob ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass ich es schreibe. Also dass ich es geschrieben habe, sozusagen, schon da sind. Und das sind einfach so Momente, genau. Oder ich sitze mich hin und es sind halt immer Sachen, die, ich glaube, das kann ich schon sagen, die mich in irgendeiner Weise beschäftigen, also die wirklich mich beschäftigen. Das sind alles persönliche Sachen. Manchmal sind es nur ganz flüchtige Erlebnisse, manchmal sind es ganz tief drinnen Sachen, die dann halt in irgendeiner Weise auszukommen. Genau. Also ich habe einmal gehört, ein Bildhauer hat immer das Problem, er sieht, oder anders gesagt, wenn ich es ein normaler, ein Nicht-Bildhauer, zum Beispiel, ein Mama-Block sieht, dann sieht es ein Mama-Block und der Bildhauer sieht schon das fertige Produkt, das er noch mehr befreien will. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, genau. So in die Richtung. Es ist in meinem Kopf oft schon fertig. Außerdem gibt man so ganz schwere Vorgaben, wie zum Beispiel ein Gedicht zu schreiben, das aber eben Regeln entsprechen. Also es gibt ja die freien Gedichte, die ja irgendwas sind, aber es gibt ja da gewisse Gedichtformen, wie ein Sonnet zum Beispiel oder so. Das ist aber noch relativ harmlos im Vergleich zu einem Villanelle. Das ist, finde ich, die schwerste Gedichtsform, die ich mich jemals gewagt habe, zu schreiben. Ein gutes Beispiel, das bekannteste Beispiel, glaube ich, mit Abstand, ist von Dylan Thomas Do not go gentle into that good night. Das mehrmals schon vorkommen ist in Filmen, zuletzt in Interstellar. Es ist ein super Gedicht. Ich lese ganz kurz. Ist es das, wo sie am Bett sitzt in der Anfangssegment und das Büchel dann in der Hand hat? Es kommt eigentlich im Film immer wieder vor als Rezitation. Beziehungsweise kommt es auch, es gibt einen langen Trailer, in dem es vorkommt. Vielleicht kennen Sie ein paar wann Sie es hören, zumindest den ersten Teil. Ich lese zwei Strophen vor, dann weiß man, wie der Gedanke ist von dem. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked, no lightning day, do not go gentle into that good night. Und dann geht es weiter mit Good man, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Und so weiter. Es ist gar nicht so lang. Auf jeden Fall ist es sozusagen, es gibt eine ganz strenge Form. Das heißt also, am Anfang etabliert man den A-Satz, dann in der Zwischenzeile sozusagen, es sind nur drei Zeilen, die erste Zeile ist etabliert, die zweite ist die, die den Reim etabliert für jede Mittelzeile und der dritte reint sie dann wieder auf den ersten Satz und die alternieren dann, am Anfang geht es eben los mit Do not go gentle into that good night und das ist dann quasi der sechste Satz. Do not go gentle into that good night. Und Rage, Rage against the dying of the light kommt eben dann nachher wieder als der neunte Satz sozusagen. Und der mittlere Satz, they, they, bay, way, gay und so weiter, das reint sie dann immer. Und dann, der Schluss, nur mal ausreißen, ist es so, dass sozusagen aufhören du jetzt dann mit dem, dass die beiden Reimen, also der A- und der C-Satz, am Schluss nur mal kümmern, in einem Vierzeiler, in dem der Schluss vom Gedicht ist, And you, my father there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, Rage against the dying of the light. Und es ist so geil, das Gedicht. Es ist unfassbar. Es ist so stark und es hat so was, dadurch, dass diese Sätze immer wieder kommen, da in dem Fall natürlich nur am besten do not go gentle into that good night und rage, rage mit einer Wiederholung sogar against the dying of the light, hat so was Obsessives, so was total Drängendes, das halt fast verrückt macht, was immer wieder kommt. Dem nicht genug, dieses quasi die Reihenfolge der Sätze und der Reime, ist es auch noch gebunden im Sinne von Hebungen und Senkungen. Es muss also quasi, es gibt fünf betonte Silben und zehn Silben pro Satz. Es ist quasi Rage, Rage against the dying of the light. Fünf. Und das ist immer und das macht es dann insgesamt relativ schwer. Ich habe versucht, schon einige selber zu schreiben in meiner Muttersprache, also Mundrat. und wenn man es dann hinbringt, dann ist das ein unfassbar gutes Gefühl. Das ist echt so, wie wenn man ein Haus gebaut hätte, weil es sitzt halt ewig. Aber weißt du, was mich interessiert? Ich meine grundsätzlich, ich finde das, ja, ich kenne das Gedicht tatsächlich und ich finde es wirklich gut und auch die Bauart. Aber während du jetzt noch mit der Betonung, mit der Silben und so weiter aufgefasst hast, da habe ich mir gedacht, wir haben doch vor einer Stunde, anderthalbe, ein Thema gehabt mit, ich mag keine Mathematik. Achso, ja. Ja, es hat dann tatsächlich was von einer sehr strengen, formelhaften Art, mit der man da einhalten muss. Also in der Hinsicht, glaube ich, habe ich nur den falschen Zugang immer gehabt zur Mathematik. Wahrscheinlich. Nur mal ganz zurück zu den Geschichten und so weiter. Also du schreibst grundsätzlich mit Bühnenstücke. Ich schreibe Stücke. Genau. Aber halt auch Kurzgeschichten oder Gedichte. Das ist das, was ich mir mache. Also klassische Romane oder Ähnliches in der Richtung. Lange Sachen noch nicht. Und Drehbücher ist seit Neuestem auch, also seit Neuestem eh schon länger. Aber halt so, ich habe jetzt gerade einen Kurzfilm gemacht, also abgedreht einmal mit Freunden und Freundinnen. Madita schreibt zum Beispiel die Musik dafür. Die ist gerade in the Making. Und den Marvin habe ich vorher auch erwähnt, der quasi Teilpendant ist mit Filmkameras. der hat die Kamera gemacht und schneidet den Film und die Beate Korntner hat mitgespielt gemeinsam mit ihrer Tochter. Und ich habe auch eine kleine Rolle übernommen und habe halt das Drehbuch geschrieben. Genau. Und das ist auch was, das ist halt ganz im Gegensatz zu einer freien Kurzgeschichte, die man halt schreibt, ist ein Drehbuch schon extrem streng in der Art und Weise, wie es formatiert sein muss schon mal. Aber auch was vorkommen sollt oder vorkommen darf, ist total spannend. Ich lese da parallel immer Drehbücher und Bircher über Drehbuch schreiben und schreibe dann währenddessen das Drehbuch. Mein Lieblingsdrehbuch überhaupt ist ein Die Hard. Ja gut, das ist ja grundsätzlich erst fertig geschrieben worden, eine Stunde bevor es adrat worden ist. Muss man fairerweise dazu sagen, das wissen wir nicht viel, aber es ist tatsächlich Aber es ist ein unfassbar gutes Drehbuch. Es ist wirklich, es passiert auf einem Roman, macht aber nichts. Es ist wirklich so, da ist nichts zu viel, nichts zu wenig, es wird alles erzählt. Es ist richtig gut und die Eigenart von einem Drehbuch ist das, dass man halt nichts schreiben kann, das die Kamera nicht sieht. Man kann nur, vielleicht Geräusche oder die noch dazuschreiben oder so, wenn die in irgendeiner Weise wichtig sind, aber im Grunde nur das, was die Kamera sieht. Also ich habe ja an und für sich aufgrund der Tätigkeit von meiner Mutter ja das eine oder andere Auszug lesen dürfen oder Auszug gesehen von diversen Theaterstücken und so weiter und ich gehe mir davor aus, Drehbuch ist fast ähnlich von dem Ding. Es ist komplett anders. Also im Endeffekt, nur ich als Laie stelle mir vor, okay, ich habe jetzt eine Szenebeschreibung von dem Shot, den ich machen will. Also unabhängig von der Perspektive, sondern wirklich nur mehr von der Gesamtszenerie, wie zum Beispiel Mutter und Tochter sitzen im Wohnzimmer, fangen zum Streiten an, der eine reiht dann an, rennt dann aus. Aber im Prinzip eine szenerische Beschreibung mit, was muss wirklich zum Sehen sein, wo soll jeweils der Fokuspunkt vielleicht sein von der Perspektive, falls es schon eine Idee gibt und halt der Dialog. Und natürlich eine kurze Beschreibung davor oder währenddessen der Dialog stattfindet, im Sinne von, was ist es schon leicht schluchzend oder ähnliches. Ach, Regierweisungen. Ja, also das kann sein, bei Stücken, bei Theaterstücken gibt es keine solchen Regeln wie bei einem Drehbuch. Beim Drehbuch fängt jede Szene an mit einer sogenannten Slugline und das ist sozusagen der Motel, External Day oder sowas. Also das heißt also, man sagt, man sieht gleich auf dem ersten Blick, das ist auch immer groß geschrieben, wo das ist, zu welcher Tageszeit es ist und es ist auch drinnen oder auch draußen gedrehte Szene. Das ist vor allem wichtig für die Produktion. Eine Kurzbeschreibung, damit jeder sich einstellen kann, ob er dabei ist oder nicht. Das Slugline heißt das und da ist es ganz genau beschrieben, aber in aller Kürze, wo es spielt, drinnen, draußen und Tag oder Nacht sozusagen oder heute Abend oder was, aber meistens ist es nur Day und Night und Ext oder Int, so fangen wir an, External, the Graveyard, Night. Und dann weiß man genau, okay, wo man sich befindet sozusagen. Dann gibt es meistens eine Szenenbeschreibung, also, aber halt auch in einer ganz schlichten Art und Weise, am besten, nicht blumig oder romantisch ausführen, sondern echt nur the zombie eats the brain mehr oder weniger. Und natürlich kann man es, wenn man jetzt der Quentin Tarantino ist, nur ausschmücken mit einem Haufen so, das muss man dann einen Buchstaben irgendwie zu Papier bringen. Ja, genau. Und dann halt Dialog sozusagen, ja. Aber es gibt eben Theaterstücke zum Beispiel, auf der einen Seite gibt es als Beispiel das Konzert von Hermann Bahr. Ist ein Theaterstück in der Originalfassung von Hermann Bahr geschrieben, da ist, glaube ich, drei Viertel Regieanweisung und ein Viertel Text. Das ist wirklich so. Es ist quasi Delfin, das ist eine Rolle, die vorkommt, Klammer auf, niedergeschlagen, zögernd, Klammer zu, ja, Klammer auf, mutfassend, kurz, Klammer zu, ja, dann, Klammer auf, mutig, schnippisch, Klammer zu, ja, und so ist das ganze Stück. Also vielleicht gibt es dann einmal zwei Wörter, die quasi gesagt werden und nacheinander. Auf der anderen Seite gibt es sogar Theaterstücke, die halt, ja, modernere Stücke sind halt einfach, die teilweise zum Beispiel komplett ohne Regieanweisung auskommen. Ganz. Also da steht nicht einmal, wo das spielt oder so. Oder, weiß ich nicht, da gibt es Stücke von Palmetzhofer, der schreibt nicht einmal den Text aus. Das sind einfach so, das sind Sätze, die sind einfach mittens drinnen verstanden. So funktionieren die Sätze. Und dann habe ich, und natürlich, und außerdem kann ich ja überhaupt nicht, weil das ist immer so, es ist großartig. Oder die Aloha zum Beispiel, eine Berliner Autorin, Dramaturgin, die kommt auch mit sehr wenig Szenenbeschreibung und Regieanweisungen aus, weil das halt einfach auch teilweise nicht, also kann man jetzt sehr streng sehen und sagen, es ist nicht die Aufgabe vom Autor oder von der Autorin, die Inszenierung reinzuschreiben. Ist halt einfach auch ein neuerer Ansatz fürs Theater, aber das würde jetzt viel zu weit werden. Ja, das ist sehr klar. Es gibt halt quasi sehr strenge Regeln, vor allem in Hollywood, wie ein Drehbuch ausschauen muss. Und da gibt es einfach, wenn es diese Regeln nicht einhält, dann lest der, der quasi als Erster lesen soll, nicht weiter. Der schaut sich die erste Seite an, ist nicht gescheit formatiert, hau ich da nicht. Aber wenn es jetzt die üblichen Verdächtigen ist oder Star Wars, man würde es einfach nicht weiterlesen. Weil es so viele Drehbücher gibt, das schon an denen. Das auch, aber deswegen macht man eigentlich, wie sagt man das, so ein bisschen einen Pitch. Ja, natürlich, genau. Wenn du den Pitch einmal machen kannst, bist du ja schon sehr weit vorgedrungen. Das ist klar. Im Umkehrschluss, was fällt dir leichter? Songs schreiben, so Drehbücher schreiben, wüsst du in welcher Form fürs Theater oder Film oder sowas? Oder Kurzgeschichten? Gedichte, wissen wir, das ist schwierig. Nein, Gedichte sind auch sehr einfach, wenn man sich nicht so ein strenges Korsett anlegt wie bei einem Villanelle. Ich glaube, alles, die Antwort ist, alle vor allem leichter. Vor allem, wenn es dann um das geht, es kommt ein Stoff, ob das jetzt ein Gedanke ist von mir oder ein Gefühl oder das Leben von einer Frau im Mittelalter oder von einer Frau in der Jetzt-Zeit oder von mir. Das muss dann einfach, es gibt ein Thema und das versuche ich dann, dass ich auf die Art und Weise niederschreibe, die am besten dazu passt. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel, war jetzt ein großer, wunderschöner Moment für mich gemessen, ich mache seit Jahren mit beim Wortlaut-Literaturwettbewerb vom FM4. jedes Jahr Wortlaut. Und ich habe schon sehr viel geschrieben, ein Märchen erfunden, eine ganz kurze Geschichte, vier, fünf Sätze und alles dazwischen irgendwie, viele Jahre mitgemacht und bin nie genommen worden. Und dieses Jahr habe ich es geschafft, dass ich auf der Longlist war. Also die besten 20 aus 600 Kurzgeschichten waren meine dabei. Und es hat mich total gefreut. Ich habe sogar ein paar Tränen vergossen, weil ich mich so gefreut habe, dass ich da dabei bin. Ich bin nicht unter die besten 10 Komma, geschweige denn gewonnen. Aber ich habe persönliches Feedback gekriegt. Es war eine sehr enge Entscheidung und es ist halt einfach dann, wenn es um so knappe Sachen geht, ist es halt dann einfach nur, gefällt es die Leute, die Juroren und Juroinnen oder halt nicht. Und wenn es dann einem eh gefällt, dann bist du dann einfach nicht dabei. Ja, aber ist nicht Kunst generell subjektiv? Ja, komplett. Sonst glaubst du 50 Shades of Grey nicht. Und sehr viele andere Dinge. Aber es ist immer das Erste, was mir einfällt. Ja, Glitzervampire und so. Ja, wenn ein Roman einmal am Handy geschrieben wird, weiß ich nicht. Da ist schon so weit in der Zukunft möchte ich eigentlich nicht leben. Ja, die Frau hat das meiste, das ist ja Fanfiction zu den Glitzervampiren, ist 50 Shades of Grey quasi als Fanfiction zu Twilight entstanden. und die hat das, wie heißt denn die, ich weiß nicht genau, die verfasst hat, IL, irgendwas, keine Ahnung, die hat das offenbar, habe ich auch noch gelesen, irgendwo am Handy geschrieben, ein Großteil. Ich meine, ich weiß nur, weil ich den einen oder anderen Autor ein bisschen verfolge. YouTube ist ja, wie wir heute schon ein paar Mal gehört haben, eine sehr interessante Quelle für manche Sachen. Und es gibt wirklich welche, die dann sagen, okay, sie schreiben überall, egal wo sie jetzt an und selbst, wenn es mein Handy sein muss, damit sie halt den Fluss einbinden können oder die, die einfach schreiben können, egal wo sie gerade sind, wenn sie Zeit haben, je nachdem, wie sie beruflich angehängt sind oder so. Also da fällt mir was ein dazu, da mache ich aber echt ein Problem mit Namen, geil, das ist ja Wahnsinn. Tom Waits, der Musiker, der Musiker, Tom Waits, fährt in seinem, ich sage jetzt einmal Ford Mustang durch die amerikanische Prärie, sagen wir mal so, also next gas station in 5000 Meilen oder so. Und du sitzt jetzt im Auto und fährt und dann fällt einem was ein. Also quasi eine Inspiration für ein Lied, es ist eine Melodie, es ist ein Text, es ist quasi da. Und er bleibt stehen und sagt, das schreibe ich jetzt auf. Und er findet halt irgendwie so kein Zettel und kein Stift und dann denken sie, ja, von meinem Zigarettenpacker kann ich das rausreißen und da ist es irgendwie weiß und da schreibe ich es auf, aber ich habe keinen Stift, das gibt es ja nicht. Und dann denke ich, wie kann ich denn das jetzt schreiben und versuche das irgendwie mit dem Finger, aber da ist der Blas nicht, der reicht nicht aus und dann zählt er halt, denkt so, achso, ich kann mit einem Streichholz quasi, ich zähne mir jetzt die Zigaretten an und mit dem schwarzen, verkohlten Ende des Streichholzes schreibe ich diese Idee, die notdürftige Aufsache, dass ich den vergieße. Und das hat halt dann auch nicht gescheit funktioniert, weil es halt auch, ja, das ist das Papier zu glatt oder was und dann hat er sich hingesetzt ins Auto und hat sich gedacht, so, jetzt kann ich entweder durchdrehen, weil ich meine Idee nicht aufschreiben kann oder und das ist dann das gewesen, was er gemacht hat, hat sich zurückgeladen und hat gesagt, so, liebe Muse, folgendes, ich liebe dich, du bringst mir so viel, ich lebe von dem, was du mir gibst, aber äff dich, kannst du bitte, da können wir uns was ausmachen, ich lasse alles zu, was du mir flüsterst, ich schreibe das auf, ich singe das, ich mache das, ich musiziere das alles, aber bitte, dann, wenn ich die Chance habe, dass ich es aufzeichnen kann in irgendeiner Weise, das ist sozusagen, man kann halt dann sagen, ja, es gibt Möglichkeiten, seine Kreativität zu bündeln oder halt in irgendeiner Weise das so zu machen, dass man nicht immer am Handy schreiben muss oder so. oder dieselbe Geschichte kurz gesagt von Stephen King, das hat Stephen King gesagt, ich habe nie ein Notizbuch dabei, weil die guten Ideen, die bleiben. Stimmt auch wieder, da hat er absolut recht. Ja, und das finde ich halt, ja, Stephen King, dem muss man es einfach glauben, wenn er gerade nicht irgendwie auf fünf Kilo Kokainer eine zwölfjährige Orgie beschreibt, dann hat er doch sehr, sehr viel erreicht schon. Gehen wir einen Schritt weiter, ich stelle dir jetzt dieselbe Frage, was ich der Martita auch schon gestellt habe. Ja. Wie, also wir wissen, dass du ein großer Fan bist von dem Brettspiel namens Firefly. Genau. Gibt es daneben auch noch irgendwas, was noch Platz hat? Ja, 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 also ich bin ja auch, eigentlich bin ich auch ein großer Brettspiel-Fan. Ich habe zum Beispiel sehr viel schon gespielt, Siedler von Katan, sowohl die alte Version mit den Holzblöcken und so, als auch die Star Trek-Version von Siedler von Katan. Dann, was mir noch als Kartenspiel sehr gefällt, ist Wizard. Klassiker, glaube ich, aber der bringt mich in Rage und in Ekstase, wenn ich gewinnen oder verliere und also ich habe einen Freund, das ist der Robert. Der Robert ist jetzt lange Zeit Systemadministrator gewesen auf der Uni, auf der JKU, hat dort Informatik studiert und ist jetzt aber in den privaten Bereich gewechselt und der hat, der ist der Mensch, der die meisten Brettspiele hat, in meinem bekannten Kreis sozusagen. Er hat, glaube ich, mehr als der Thalia. und vor allem eine Ausgefallenere und der hat immer wieder haben wir gesagt, ja, spielen wir was und hat dann immer wieder Spiele mitgebracht, also Sachen, die man noch nie gespielt gehabt hat bis dahin, also Carcassonne, also diese klassischen Brettspiele so und da hat einmal eins dabei gehabt, das ist mir jetzt spontan eingefallen, das heißt Tribun. Das ist so, das spielt quasi im alten Rom. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gegangen ist, aber ich habe das sehr mengen. Ja, so, also ich glaube, wenn man da immer über das hinweg kommt, dass man es nicht kann, das Spiel am Anfang natürlich, dann bin ich für sehr viele Brettspiele zu begeistern. Zum Beispiel, was ich auch voll gerne mag, ist das Brettspiel, das Herr-der-Ringe-Brettspiel, das aber vor den Filmen rausgekommen ist, das heißt, noch komplett eigene Art hat, sozusagen, eigenes Art-Konzept und da spielt man, und das ist auch die Besonderheit von dem Spiel, vier Episoden aus dem Buch spielt man nach, zum Beispiel Kankraslauer oder eben auf dem Schicksalsberg und man spielt gemeinsam, man kann, man kann, zu Sext kann man spielen, glaube ich, man spielt entweder in Frodo, in Sam, in Pippin und in Mary oder in Dick, Dick ist quasi der fünfte Hobby. und man spielt gemeinsam gegen die Zeit unter Anführungszeichen, weil immer wieder Events sind, wo der Sauron quasi näher zum Schicksalsberg wandert, ich glaube, man hat so einen kleinen Orttank-Turm in den Schwarzen und mit dem fährt man quasi immer mehr Richtung Ring oder so auf der Seite, wenn eben so ein gewisses Event eintritt, dann muss man den weiter vierregieren und selber muss man es eben schaffen, dass man diese vier Events, also diese vier Episoden aus dem Buch gemeinsam schafft und überlebt und das gibt es ja auch da in Legolas als Helfer und in Aragorn und in Gandalf und so, das ist ein cooles Spiel, weil man eben nicht gegeneinander spielt, sondern so miteinander. Also wenn ich richtig liege, dann ist das das von Kosmos, eine sehr quadratische Schachtel, eine sehr verrufene Schachtel, weil woher kommt der Dick? Ja genau, woher kommt der Dick? Ja genau. Also jetzt woher kommt der Dick? Woher ist das? Ja, nein, wie gesagt, interessante Wahl, hätte ich nicht geglaubt. Mit der Madita zum Beispiel schon so diese Escape Room Spiele gespielt, die mit einmal spielen auch spannend sein können, so gemeinsam die Rätsel lösen und das ist auch lustig. Und ja, mit meinen Geschwistern zum Beispiel habe ich voll oft gespielt das Spiel des Lebens. Okay. Solche Dinge halt so. Aber was, das möchte ich zu Grettspiele, was sowas für fürchterlich ist, ist Monopoly oder Dekaté. Das ist eine Katastrophe. Da wird nämlich der Kapitalismus quasi mit Gewalt in die Köpfe getritten und was eben Monopoly gespielt habe, ich meine immer eigentlich stehen lassen und dann nur dazu eigene Regeln erfunden, dass man länger spielen kann. Das ist fürchterlich. Also ich habe die alle verbannt jetzt, weil ich einfach finde, dass das nicht geht. Ich finde es ja recht spannend, weil man weiß ja, dass die ursprüngliche Idee für Monopoly ja genau konträr zu dem steht, für was jetzt steht Monopoly und Dekaté ja eigentlich nur die österreichische Version ist. Und in jedem Gespräch, das ich geführt habe in den letzten fünf bis zehn Jahren, war Monopoly und Dekaté bis auf eine Ausnahme immer ganz weit unten und am besten im Misskübe oder schon gar nicht mehr irgendwie in der Wohnung. Ja, genau. Ich meine, da kann man dann auch viel diskutieren. Es ist ja ein Risiko, auch ein orges Spiel, vor allem in der jetzigen Zeit sowas spielen. Da muss man aber sagen, dass jedes Cosim und jede Konflikt wiedergebende Situation, wurscht ob das jetzt Herr der Ring oder Ringkrieg ist, ist ja dasselbe in Wahrheit. Ja. Jede gewalttätige Konfliktsituation. Natürlich je näher, dass man sowas in echt ist, desto anders nimmt man das Ganze wahr. Ja, voll. Ja, also ich glaube, ich würde bei jedem einmal mitspielen, bei jedem Spiel, wenn ich Zeit kriege, dass es mir ein bisschen behirrende... Rollenspiele? Da habe ich, glaube ich, den falschen, die haben mich am falschen Fuß erwischt, die Rollenspiele, zu der Zeit. Das heißt, du bist nicht mit Lanz in einer Runde gewesen? Nein, obwohl ich fast einmal mitgespielt hätte bei einer Firefly-Kampagne. Ah, okay, ja. Auf der Buffalo, glaube ich, hat das geheißen. Also sowas nur. Da war ich, das ist dann entweder nicht zustande gekommen oder... Das war nur sehr kurz, ich glaube, nur zweimal oder dreimal und dann war es irgendwie sowas. Ja. Ich weiß, weil ich ganz lange in meiner Dropbox den Ordner gehabt habe mit dem ganzen, mit dem Regelwerk und mit allem und auch so im Chinesisch-Auszug, quasi Chinesisch-Englisch, dass man halt auch ein bisschen so in der Sprechweise drinnen sein kann mit Dong Ma zum Beispiel und solche Dinge. Aber sonst habe ich eigentlich manchmal etwas probiert, ein bisschen, mit so abgeschwächten Versionen, wo halt nur so ein Brett dabei ist, wo man dann so Wege legen kann und halt auch in einen Raum einige kann. Und da sind die Orks. Die klassischen Dungeon-Crawler. Genau, solche Dinge. Aber das ist irgendwie, das hat mir, ich glaube so, das ist das diplomatischste meiner Formulierungsfähigkeit, das hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Mein Stiefvater hat einmal etwas Lustiges gesagt, weil ich gesagt habe, was das so, Frosching und so weiter, er hat jeden Abend Frosching auf der Bühne, er braucht das privat nicht. Und ich glaube, aus dem wird das dann auch kommen bei dir. Das ist ein Grund, warum ich mich jetzt lange Zeit nicht so gern verkleidet habe eigentlich. Aber jetzt dadurch, dass jetzt die Comic-Con und so wieder größer werden, und es war ja vor kurzem die Werner Comic-Con und man hat mir einen Zweitagespass mit Übernachtung geschenkt zum Geburtstag, und da sind wir natürlich schon verkleidet gegangen. Und das war, wir haben uns ja kurz getroffen, sehr kurz getroffen, aber dann haben wir es getroffen und das ist halt schon, ich liebe das, ich liebe Comic-Cons, einfach weil, weil jeder einfach sein kann, wie er ist und das ist das Allerschönste, wenn jeder genau so teppert sein kann, wie er ist. Und das ist so, da sind die Leute, die können ja komplett durchmachen, wie hydraulische, wo es nicht einmal bei einem Lastwagen einfährt, von der Messe, wie in eine Kommst und so, oder so feine Details und alles. Und jeder kann einfach tun und sein. Das finde ich großartig. Und deswegen bin ich so ein Riesenfan und bin auch voll gern dort gewesen wieder. War richtig super. viel zu kurz immer und so anstrengend und so viel Leid und alles und so teuer, aber irgendwie bin ich dann einfach gern durchgegangen, bin einfach gestanden, hab geschaut und so und wir haben uns dann auch ein Ding angeschaut und Jack Gleason, der in Baratheon, wie heißt der? Baratheon, wie hat der gesagt? Joffrey Baratheon geblüht hat. Das war ein super Gespräch, das der Moderator da mit ihm geführt hat und so. Das war einfach super. War sehr, sehr cool. Abschließend, wenn sich irgendwer für Schauspieler oder Ähnliches interessieren würde, weil wir ja schon heute gesprochen haben wegen den Schulen, wie ist da der beste Zugang aus deiner Sicht her? Wenn irgendwer sagt so um 10 bis 15 Jahre, wie, was, wäre da deiner Meinung noch am Scheitern? Wie mehr Schauspieler? Genau. Wenn man die Idee hätte, wie Schauspieler werden oder irgendwas in die Richtung, wo kann man so hingehen, wie kann man sich ein bisschen informieren? Also, ich kann grundsätzlich sagen, es gibt zwei bis drei Wege. Das eine ist halt so klassisch, dass man es studiert. Da muss man aber in einem sehr engen Zeitfenster sein, weil viele Schauspielschulen quasi zu junge und auch zu alte Personen nicht mehr nehmen und zu alt meine ich schon, da ist man mit 26 schon alt, sozusagen, weil die ja ganz, sehr viele Schauspielschulen eine sehr konkrete Form des Unterrichtens verwenden und da brauchen sie quasi noch nicht zu starke Persönlichkeiten. Unterstelle ich jetzt einmal mit einem gewissen Unterton, hoffentlich hat man das gehört. Nein, das ist also quasi für junge Menschen, ist das das Richtige? Das ist halt sie bewerben bei diesen Schauspielschulen und dann halt Bachelor of Arts machen. Und andere Möglichkeit ist, dass man sie privat ausbildet, so wie sie gemacht, für Learning by Failing und halt dann hoffen, dass man ein paar Lehrer und Lehrerinnen findet entlang des Weges wie im Wolfgang Pampel, aber auch viele andere in Linz, die mir einiges beigebracht haben und gesagt haben und gesagt haben, wofür ich sehr dankbar bin. Weil das jetzt kann so. Und dann gibt es eben da, wenn man das so gemacht hat, die Paritätische Prüfungskommission in Wien und die kann ein Schauspieldiplom verleihen. Das Ganze funktioniert aber auch nicht so, dass man einfach hingeht und sagt, ich bin jetzt da, ich mache das machen, sondern es ist eigentlich auch dreistufiges Verfahren. Es gibt den Eignungstest, den kann man sich ersparen, wenn man schon auf einer privaten Schauspielschule genommen wurde, weil da muss man auch den selben Test machen quasi. dann gibt es die Kontrollprüfung und die Abschluss- beziehungsweise Diplomprüfung und da sollte ihr jeweils mindestens ein bis anderthalb Jahr dazwischen liegen, dass man das dann auch machen kann. Wenn man schon voll lange was gemacht hat auf der Bühne und man möchte das nachmachen, so habe ich es gemacht, kann man die Kontroll- und Eignungsprüfung gleichzeitig machen und kann entweder nur Eignung zuerkannt bekommen oder auch die Kontrolle gleich. Und dann erspart man sich sozusagen diesen ersten Zeitraum dazwischen. Hat funktioniert bei mir, worauf ich schaustolz bin auch, dass das funktioniert hat und dann habe ich auch die Diplomprüfung gemacht, habe jetzt einen Zettel, auf dem steht Du bimmst eins Schauspieler. Jetzt habe ich einen Zettel, wo draufsteht Du bimmst eins Jurist und du bimmst eins Schauspieler. Und das sind die zwei Wege, die man quasi, wenn man sich bilden möchte und lernen möchte, gehen kann oder man sagt einfach, man ist Schauspieler. Es ist kein argumentiertes Gewerbe. Das heißt, das kann jeder tun. Man kann sich bei einer Agentur melden und wenn die sagen, die nehmen wir mal, weil du schaust irgendwie interessant aus oder so, dann passt das. Also so wie bei der Fotografie halt. Ja, mittlerweile, genau. Bei der Kunstfotografie, nicht bei der Personenfotografie. Ja, das war ja eine lange Zeit ein ganz reglementiertes Gewerbe und jetzt ist es aber frei. In Deutschland ist es ein komplett freies Gewerbe. Ja, es war ja ein riesen Aufschrei, wie das sich verändert hat. Also, ja genau, man kann das so machen. Das ist teilweise natürlich super, weil der Zugang sehr niederschwellig ist. Auf der anderen Seite aber halt es auch sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen einfach gibt und dadurch die Konkurrenz einfach unendlich ist und dadurch Lohndumping und so auch immer wieder eine Frage ist. Ja, sowieso. Wir haben jetzt in Österreich noch nicht die Zustände wie in Hollywood? Nein, ja, weder noch. Also, man kann, es ist das Lohndumping nicht so arg, man kann aber auch nicht so viel verdienen. Ja, aber eh. Also grundsätzlich waren Fixanstellungen am Theater sicherlich nur die oder halt ein fixes Ensemble beim OEF oder sowas wahrscheinlich nur das Vernünftige. OEF Ensemble, ja, also, ja, wenn man das mag zum Beispiel, dann ist eine Ensemble Stö, also Anstellung sicher sehr, sehr cool. Das war nie in meinem Kopf, deswegen sage ich es jetzt so vorsichtig. Ich bin aber auch nicht, das muss ich auch dazu sagen, ich bin nicht der klassische Schauspieler, so wie, weiß ich nicht, Leute, die du jetzt kennst, so vom Landestheater zum Beispiel. Ich glaube, die würden mich nicht nehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde ich es aber auch eigentlich nicht unbedingt machen wollen. Ich mag das sehr, ich bin ja auch weggegangen von der Uni, von diesem Bürojob, weil ich diese freie Zeiteinteilung, so dass ich mich einfach zum Beispiel heute mit dir treffen kann und sitzen kann und viel zu lange über Sliders reden kann und über andere Sachen, das kann ich einfach tun und ich habe einen Kurzfilm dran und so und es geht sich halt, ja, ich habe mich entschieden auf, dass Zeit meine wichtigste Ressource ist. Ressource hat sich fürchterlich auch. Mir ist Zeit wichtiger als Geld, viel wichtiger. Ich möchte jetzt nicht arm sein oder jeden Euro umdrehen müssen und Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, dass ich so viel verdiene, dass ich das nicht muss. Nicht Gott sei Dank. Universum sei Dank. Mir sei Dank. Haha. Nein, aber es geht sich aus. Mir ist einfach wichtiger, dass ich Zeit habe für das, was ich gerne mache und für die Menschen, die ich gerne mag und für die Bär, also auch die Hunde, die ich gerne mag, dass ich da Zeit habe und da ist das Geld wirklich wurscht. Also so wurscht, wie es man jetzt ein kann natürlich. Wenn ich jetzt arm war, darf ich natürlich nicht so reden. Ja, sehr klar. Aber es ist, glaube ich, das ist halt einfach, ja, die Zeit und die Leidenschaft ist so wichtig. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir.